Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Upgespaced. Heute geht's hauptsächlich um die Typlosion, die Mitte September stattfand. Aber wir wollen auch mal ganz allgemein mit euch über das Thema Convention sprechen. Und natürlich, wie immer in Upgespaced, die News und Highlights des Monats unter die Liebe nehmen. Los geht's! Herzlich willkommen zu Upgespaced Folge 38. In der heutigen Sendung geben wir euch einen Überblick, was sich im September 2024 so alles im Space-Hauptquartier getan hat. Beziehungsweise was bei uns für Furore gesorgt hat. Dabei gibt's wie gewohnt unsere Upgespaced Stamm-Lubriken, wie unser Produkt des Monats, unsere Trailer-Highlights, einen First-Look selbstverständlich. Speziell geht's in der heutigen Sendung aber um das Thema Conventions, genauer gesagt um die Typlosion, die ja Mitte September in Kastro-Brauxel stattfand und wo wir natürlich auch wieder mit am Start waren. Ihr Lieben, wir sind am Start und ihr seid hoffentlich mit dabei. Mit wir meine ich unter anderem natürlich auch meine Kollegin Eva. Hallo zusammen. Eva, auch wenn die Typlosion jetzt hinter uns liegt, sind so die Nachwirkungen immer noch deutlich spürbar bei uns in der Crew. Und deswegen haben wir gesagt, hey, komm, lass uns nochmal in der jetzigen Upgespaced Folge nochmal das Ganze so intensiv Revue passieren lassen. Also zum einen Typlosion, aber wir haben auch gesagt, wir wollen so allgemein mal so ein bisschen mit euch über das Thema Conventions messen, also zu die Convention-Landschaft in Deutschland sprechen. Genau, wir haben uns gedacht, das ist bestimmt auch für viele von euch ein ganz interessantes Thema und ich persönlich kann vor allem zur Typlosion was sagen, weil ich ja auch schon letztes Jahr mit dabei war und jetzt nach der zweiten Runde sozusagen die Entwicklung ganz gut beobachten konnte. Ja. Und eigentlich ist das Ganze auch noch ziemlich frisch, weil gefühlt stehen wir immer noch so mit einem Bein in der Europahalle in Castrop-Rauxel. Ja und deswegen würde ich sagen, wir packen euch jetzt nochmal ein in den Space Transporter und machen uns auf den Weg on the Road nach Castrop-Rauxel in die Europahalle auf die Typlosion 2024. Wie auch schon im letzten Jahr haben wir auch zu diesjährigen Typlosion wieder ein Video gemacht, das ihr inzwischen auch auf unserem YouTube-Panal findet und das ist bestimmt vor allem für diejenigen, die leider nicht dabei sein konnten, ganz interessant, denn wir haben vor allem unseren eigenen Stand diesmal im Detail abgefilmt und wir hatten einiges dabei an Sonderangeboten und auch an Brandheisen Neuheiten. Ja, oder natürlich auch haben wir einen genauen Blick auf unseren Special-Gig sozusagen geworfen mit unseren drei Künstlern, Axel Jiménez, Leo Vega und Timo Ratzek und natürlich deren Kings of the Snake Man Buch oder deren Great Wars Customs Projekt und natürlich auch die Zertifikate, diese speziellen Certificates, die wir haben drucken lassen, die dann von Axel Hand signiert wurden für die ganzen Origins-Figuren, die wir angeboten haben. Das seht ihr alles im Video, wie Eva gerade schon gesagt hat. Für die, die noch so einen kleinen Einblick wollen, was da auch für einen Vorbereitungsstress und für einen Aufwand dahinter steckt, gerade was unsere Gäste am Stand angeht, für die hast du noch so ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen auf Lager. Ja, kann ich gerne mal rausballern. Also grundlegend muss ich sagen, auch wenn es natürlich noch so mega geil war, wir hatten echt Spaß, so viel kann man gleich vorwegnehmen, das ist mir einfach eine grandiose Veranstaltung. Und wenn ich mir eigentlich schon vorstelle, nächstes Jahr geht es in die dritte Runde und so, wo ich mega, mega Bock drauf habe, muss ich aber ganz ehrlich auch sagen, im Moment bin ich froh, dass es hinter uns liegt, dass es vorbei ist, dass wir es überstanden haben. Eine Sache war für mich ganz persönlich, nämlich wirklich, ja, echt ein Drama-Deluxe. Ich war eigentlich total krank, kann man so sagen. Passiert mir selten, weil ich krank sein eigentlich scheiße finde, aber ja, mich hat es eigentlich schon im Vorfeld, ich habe es so ein, zwei Tage davor schon gemerkt, irgendwie, wie so ein bisschen Halsgratzen und so Kram losgeht. Und im Endeffekt habe ich dann schon echt, also so ein, was weiß ich, was das war, Grippe-Deluxe mit dröhnenden Schädeln und allem Möglichen. Am Sonntag in der Früh bin ich da aufgemacht, da war dann meine Stimme komplett weg. So ein bisschen merkt man es jetzt immer noch so, manche Töne sitzen doch nicht ganz so gut. Und hatte logischerweise zufolge, wenn man keine Stimme hat, fällt es einem auch relativ schwer, sich mit Menschen zu unterhalten. Also das heißt, diese ganz, ganz vielen wunderbaren, netten Menschen, egal ob es jetzt Kunden waren, die ihr zahlreich vorbeigeschaut habt, oder natürlich einfach Mitaussteller, coole Leute, die auch mit der Kamera unterwegs waren, mit denen man vielleicht mal vor der Kamera irgendwie einen coolen Smalltalk halten hat. Hat alles nicht funktioniert für mich, weil, wie gesagt, die Stimme nicht da war. Ich habe auch gefühlt so irgendwie nur die Hälfte von der ganzen Sause mitbekommen. Also da muss ich sagen, das hat mich schon total gefrustert und genervt, aber ist natürlich so, da kann man nichts dagegen machen, leider. Das ist dann so. Jetzt aber vielleicht zur Vorgeschichte, beziehungsweise zur Vorplanung der ganzen Toyplosion-Sause. Wer uns auf Social Media folgt, by the way, wenn ihr das nicht tut, blenden wir euch hier gleich mal gerne unsere Kanäle ein, da dürft ihr uns gerne folgen. Da habt ihr mitbekommen, wir haben so eine gewisse, kann man sagen, schon Geheimnistouerei gemacht. Wir haben alles so ein bisschen immer noch nach hinten geschoben, bis wir so die Katze aus dem Sack ließen. Mit unserem Video ja auch dann nochmal so ein bisschen hinterm Ofen vorgehalten. Weil, also natürlich, sagen wir mal so, natürlich war die ganze Aktion mit den Künstlern, mit den beiden Argentiniern, Axel und Leo und auch mit Timo, schon seit Monaten, ich glaube seit Anfang des Jahres natürlich in der Planung und auch in trockenen Tüchern. Logisch, also die Flüge waren schon angebucht, es war alles geplant, besprochen und so weiter und so fort, auch mit genügend Vorlaufzeit und so. Aber zum einen ist es ja so eine halbe Weltreise natürlich, bis die einmal hier sind. Und zum anderen gibt es natürlich mal ganz viele Faktoren, die einem noch so einen Nervenkitzel mit reinstreuen. Die Fertigstellung der englischen Edition des Buches war natürlich noch so ein Faktor, aber da war man dann doch relativ entspannt. Und ja, im Großen und Ganzen war dann wirklich der Knackpunkt, der mir durchaus so die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet hat, die Snake Lair-Playset-Thematik, die natürlich unerwartet über uns alle, über bzw. von Mattel hereingebrochen ist Ende Juli, also während der San Diego Comic Con, als das ja enthüllt wurde. Ja, genau. Und dann natürlich ganz viele von euch da draußen weltweit nicht happy waren und dann ging, ihr wisst das ja alles, die Motorsammler wissen das ganz genau, was ich meine, ging das ja los. Und Axel Siemens ist ja natürlich der Mastermind hinter diesem Ganzen, sprich Mattel hat da mit ihm, hatte und hat nach wie vor einfach noch wahnsinnig viel zum Tun. Da wird jetzt alles neu aufgesetzt und halt nochmal von links nach rechts gekrempelt und so weiter. Und das war natürlich der Faktor, wo wir Schiss hatten, dass das vielleicht tatsächlich dann doch noch ins Wasser fallen würde, deren Besuch bei uns zur TripLotion und fragt mal, was mir für ein riesen Stein vom Herzen gefallen ist, als es dann tatsächlich so war und die vom Flughafen aus Frankfurt, die hatten dann noch einen Anschlussflug nach München, wo Timo und ich sie abholen mussten, als die mir eine WhatsApp geschickt haben, so we landed in Germany now. Also das war dann so wirklich, okay, geil, sie sind jetzt auf deutschem Boden, wir machen uns jetzt auf den Weg nach München und holen die drei, Romina war auch noch dabei, am Flughafen ab. Man kann also durchaus sagen, dass die ganzen Projekte von bzw. mit Axel, Leo und Timo ungefähr die Hälfte nicht nur unseres Standes, sondern auch der Vorbereitung eingenommen haben. Und das seht ihr auch ganz gut in unserem TripLotion on the Road Video. Da gibt es übrigens auch noch ein Interview, das wir vor der TripLotion noch aufgezeichnet haben in unserem Space Diner, wo es unter anderem um das Buch, aber eben auch um das Great Wars Projekt geht. Genau. Und ich habe dann so neben diesen Vorbereitungen eben, und halt gucken, dass das alles läuft, und ja, Interview, Dreh und tralala, habe ich dann irgendwie versucht, jede freie Minute so zwischen Tür und Angel immer noch so ein bisschen zu nutzen, um unsere Ware herzurichten. Das wäre natürlich beknackt gewesen, wenn wir irgendwie vergessen, verlauter hier Axel und Leo und so Zeug einzupacken. Also habe ich natürlich geguckt, dass ich einen Transporter gepackt bekomme. Tobias hat mir da auch noch geholfen und Eva natürlich auch. Wir haben dann halt unsere Listen vorbereitet, überlegt, welche Preise machen wir, welche Sonderpreise. Ja, Wechselgeld muss hergerichtet werden, Flyer natürlich, unsere Banner, dass der Stand ordentlich aussieht, Sticker, Tralala und und und. Dem einen oder anderen haben wir nochmal so ein paar besondere Sachen mitgebracht auf Anfrage. Also Leute, die dann sich definitiv angemeldet haben und so, die vorbeikommen würden. Ja, da muss an alles gedacht werden. Frag mich nicht, wie ich das überhaupt alles geschafft habe. Aber ich habe es geschafft und es war dann tatsächlich auch gut bemessen. Also das Auto war genau, exakt knallvoll, kann man sagen. Genau, es war wirklich perfekt vollgeladen. Genau, Tetris Deluxe. Und tatsächlich haben wir es dann geschafft, wie geplant, am Freitag in der Früh, so gegen 8 Uhr, tatsächlich Richtung Ruhrpott zu starten. Genau, wir sind mit zwei Fahrzeugen angereist, einmal mit dem Transporter, mit dir und Tobi und mit Timos VW-Bus, insgesamt mit neun Leuten und in Castro-Brauxel angekommen, sind wir dann auch schnell im Hotel eingecheckt und dann direkt in die Europa-Halle zum Aufbau, über fünf Stunden hinweg. Abends waren wir dann so gut wie fertig. Den letzten Feinschliff haben wir dann aber noch Samstag in der Früh gemacht, wo du und Joana währenddessen eigentlich auch schon Flyer verteilt hat. An die mega lange Schlange. An die Early Birds in der Schlange, genau. Ja, das war irgendwie auch super nett. Das Wetter hat gepasst, da war mega gut. Ja, das war richtig gut. Das war auch, also das wollte ich eigentlich letztes Jahr schon machen, haben wir dann aber nicht geschafft. Und dieses Jahr haben wir gesagt, Mensch, das machen wir. War für mich auch nochmal so eine coole Impression zu sehen, wie ihr da draußen in der Schlange steht, aber halt voll Bock habt, jetzt dann rein zu strömen in die Halle. Und spätestens, wenn dann die Tore öffnen und die wachte Schlange nach innen drückt, die Meute sozusagen reindrückt, dann wird es so richtig stressig. Dann steigt bei uns auch nochmal das Adrenalin irgendwie. Total. Und man geht dann halt so in den Modus, absoluter Fokus, absolute Konzentration. Weil wir wollen natürlich dann immer so gut wie es geht für euch alle da sein. Und wenn ihr schon vorbeikommt, euch beraten, euch Sachen zeigen, Sachen erklären. Im besten Fall natürlich euch auch was Schönes verkaufen und so. Und ja, dann ist schon immer so der Stresspegel und die Ansparung sehr hoch. Wobei, und das ist jetzt eigentlich die wichtigste Neuerung, über die wir noch plaudern wollten, Eva, die Änderung oder die Neuerung dieses Jahr im Vergleich zu der letztjährigen Type Lotion war, dass es eben dieses Jahr auf zwei Tage angesetzt war. Letztes Jahr war es, glaube ich, nur der Samstag. Genau. Jetzt hatten wir Samstag und Sonntag. Wie war das für dich, wenn wir es versuchen, mal wollen zu erklären oder zu erläutern, wie war für dich so die Änderung jetzt, wenn du es vergleichst? Also man hat schon gemerkt, dass es das Ganze so ein bisschen entzerrt hat, einfach den Ansturm. Es war vor allem am zweiten Tag dann schon deutlich ruhiger. Ja, auf jeden Fall. Genau, es gab dann auch viele Leute, die halt zum Beispiel an beiden Tagen da waren, am ersten Tag mehr so geschaut haben und dann am zweiten Tag erst eingekauft. Aber insgesamt war es am zweiten schon deutlich entspannter, sage ich mal. Aber die Stimmung war auf jeden Fall auch wieder genauso geil wie letztes Jahr. Es waren super nette Leute da. Also es hat schon echt Spaß gemacht. Ja, die große Frage ist natürlich, für sowohl die Besucher als auch für uns als Händler, als Aussteller, aber natürlich auch für die Veranstalter, machen diese zwei Tage Sinn oder ist es sinnvoller, nur einen Tag zu machen? Ich meine, da hängen ja auch nicht nur die Zeit dran, sondern natürlich die Kosten und die ganze Organisation und so. Also ich persönlich, oder sagen wir mal so, der Tonus, wenn ich es richtig vernommen habe, so in der Allgemeinheit war, ich drücke es mal übertrieben aus, so der zweite Tag war überflüssig. Ah, lass uns den doch in Zukunft wieder sparen und nur einen Tag machen, so, ne? Ich glaube, so die Mehrheit würde das so vermutlich darstellen, wenn ich es richtig rausinterpretiert, richtig rausgehört habe. Ich persönlich bin der Meinung, dass zwei Tage geiler sind, weil du hast ja gerade schon ganz kurz angeschnitten, wie wir allein über fünf Stunden aufgebaut haben, ne? Und das nach guten sechs Stunden Fahrt. Und dann geht halt mir im Kopf rum, mit diesen riesen Vorbereitungen, ne, die wir haben. Und diese Vorbereitungen gehen ja schon Monate im Vorfeld im Kopf bei uns los. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt fährst du da, tuckerst da ins Ruhrgebiet, ne? Wir haben halt einfach nur mal diese lange Anfahrt. Dann dieser ewig aufwendige Aufbau. Wenn man dann nicht so fit ist, in dem Fall, wie es ich war, das kommt dann auch dazu. Das ist nur so ein kleiner Nebeneffekt. Aber man, wir sind so viele Leute und, ne, versuchen uns da Mühe zu geben. Und wenn ich mir dann denke so, und das Ganze nur für eine Handvoll Stunden, also nur für einen Tag, denke ich mir, oh, Sünde. Für zwei Tage lohnt sich das einfach viel mehr, der Aufwand zu grundlegend. Natürlich muss es sich auch letztendlich lohnen, im Sinne von, dass die Besucher da sind, dass halt natürlich auch Umsatz und so weiter passt oder so. Ganz klar war der zweite Tag, also der Sonntag, deutlich schwächer. Das muss man natürlich schon auch sagen. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es sich einfach vom Stresslevel dann so ein bisschen entzert, dass sich der ganze Aufwand ein bisschen mehr lohnt. Ja, auf jeden Fall. Dass wir so ein bisschen weniger Druck haben auch und so. Deswegen würde ich eigentlich schon nach wie vor für zwei Tage plädieren. Ich habe, das weiß ich gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, ich habe ja mit dem Philipp und dem Peter ein paar Tage nach der Toi-Ploschen telefoniert. Wir haben so einen kurzen Call gehabt. Und da war das natürlich auch so das Hauptthema. Neben ein paar anderen Sachen und so würde es Sinn machen, wieder zwei Tage oder dann doch nur einen Tag zu machen nächstes Jahr und so. Da brainen die jetzt auch gerade drüber. Was jetzt da so in dem Gespräch rauskam und das ist natürlich, wie gesagt, absolut unverbindlich und jetzt nur so mein Eindruck. Und das war so ein rohes Brainstorming jetzt zwischen uns. Die Idee ist vielleicht, wenn man es nicht zwei Tage macht, dass man für den Samstag einfach ein bisschen länger zieht. Das wäre jetzt so eine Option, die die wohl im Kopf haben. Das man halt sagt, man fängt vielleicht dann doch eine halbe Stunde, Stunde früh an in der Früh. Bedeutet für uns noch ein bisschen früher aufstehen. Würde ich aber in Kauf nehmen. Und man zieht es abends halt so ein bisschen länger. Immer muss man dazu sagen, unter der Voraussetzung natürlich, dass wir dann den nächsten Tag, in dem Fall den Sonntag, noch mal ganz in Ruhe Zeit haben, um abzubauen. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir müssen den ganzen Kamm ja auch wieder einpacken. Ja, genau. War ja auch kein Zuckerschlecken, ne? Ne, also wir waren ja auch am Sonntag, ging es ja nur bis um 16 Uhr dann. Und wir waren trotzdem bis abends, ich glaube um neune. Neun, halb zehn. Beschäftigt mit Abbau, also ja, dann. Das zieht sich einfach, ne? Ja. Du kannst nicht den ganzen Kram nehmen und einfach den Transport reinpfeffern. Das muss einfach wieder ordentlich eingepackt werden, wieder gepuzzelt werden und so. Ja, und das ist einfach wichtig. Ne, von dem her sind wir gespannt, wie die sich entscheiden. Wie gesagt, für die hängt natürlich auch einiges dran, vor allem der Kostenfaktor, das Personal, was die brauchen und so weiter. Schau mal einfach. Wichtig ist, glaube ich, um das jetzt auf den absoluten Punkt zu bringen, wichtig ist, dass die Toyplotion nächstes Jahr wieder stattfindet. Davon gehe ich aus, denn das kann man ganz klar sagen und da wirklich das Appell an alle, die es vielleicht wieder verpasst haben, holt euch ein Ticket. Die Veranstaltung ist, obwohl sie noch so jung ist, Eva, kann man sagen, also unfassbar etabliert schon und erfolgreich. Allein, wenn man auf YouTube guckt, was da im Nachgang an Videos jetzt rauskommt. Ja, es ist wirklich beeindruckend, wie schnell das ging. Ja, und wie, also ich denke, das liegt auch an dieser sehr, sehr guten Vernetzung, die die Veranstalter haben. Das sind ja wirklich auch alles Sammler, vor allem Hardcore-Sammler, die wirklich auch jetzt nicht nur irgendwie zwei, drei Origins-Figuren zu Hause haben. Schaut euch allein mal von Philipp sein Insta-Feed an. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Peter natürlich sowieso, aber oder auch hier Ferro, wie cool der auch immer die Auktion moderiert. Echt so total professionell und sehr sympathisch und so. Und dann natürlich diese ganze Vernetzung zu diversen Content-Creator natürlich, die das Ganze pushen, aber halt auch wirklich Privatsammlern und und und. Also ganz großes Kino und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, Eva, das ist einfach hoch beeindruckend, wie das einfach funktioniert. Plus die geile Stimmung, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die ist wirklich immer top. Und ihr wart ja, ne, Joana und du, ich erinnere mich, dass der Star Wars-Sammler euch kurz Interviews hat und so. Ja. Der, glaube ich, nicht auf dem Schirm hatte, dass die meisten dieser Toys deutlich älter sind als ihr. Aber meine Generation, und das kann ich euch halt sagen, allein wenn ihr die Halle betretet, bei dem, was ihr da seht an Vintage-Toys, das, allein deswegen, also für diesen Kindheits-Flash-Deluxe, diesen Nostalgie-Flash-Deluxe, lohnt es sich halt schon, allemal sich ein Ticket zu sichern. Also selbst wenn ihr nichts kauft oder so, einfach da abhängen und dieses Feeling aufsaugen zwischen diesen coolen Leuten, die einfach so diese, diese ganze Passion teilen und dieses, diesen Fable und so, das macht unglaublich Bock. Ich kann stundenlang drüber quatschen. Noch mehr Bock macht es natürlich dann. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen kleinen Haul, wenn man, wenn man das Glück hat und tatsächlich für sich was findet. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich für meine Sammlung gefunden habe. Und ich weiß schon so, ich werde da immer so ein bisschen komisch angeschaut. So, what is this? This is Golden Girl. Vielleicht kennst du ja einen oder anderen von euch. Das war so ein, so ein, so ein, so ein Ableger eigentlich, ja fast schon wieder für Jungs, kann man sagen. Also so ein bisschen Shira für Jungs. Auch Mitte der 80er waren natürlich Actionfiguren, tatsächlich auch mit Echthaar und echten Klamotten und man konnte die natürlich umziehen. Das heißt, es gab dann auch so viele Erweiterungssätze. Da haben wir zwei Stück, also mir fehlen noch eine Handvoll und zwei Stück habe ich beim lieben Ferro am Stand gefunden. Liebe Grüße nochmal an dich. Das war echt ein Fest mit dir, Geschäfte zu machen. Übrigens, wenn jemand von euch Golden Girl in der Sammlung hat und abgeben will, mir fehlen noch die Pferde bzw. die Streitwagen. Meldet euch bitte. Dann konnte ich für meinen Vintage Stratos, den ich schon hatte in meiner Sammlung. Übrigens deswegen, weil Stratos damals, also als ich Kind war, 1985 wahrscheinlich, Stratos war die erste He-Man-Figur, die ich bekommen habe. Weil He-Man selber, den man natürlich eigentlich haben will, so wie He-Man und Skeletor, der war, als wir in Augsburg, damals in Karstadt waren, ich weiß das noch ganz genau, beziehungsweise Fußgängerzone, Augsburg, Karstadt, Spielwagengeschäfte abgeklappert, war He-Man ausverkauft. Und dann musste ich mich mit Stratos begnügen, also das war meine allererste He-Man-Figur damals, Motofigur. Und deswegen habe ich mir den Vintage geholt und ich habe jetzt ein ordentliches Morax-Case dazu gefunden, weil ich hatte ihn in so einem Soda-Case und das fand ich eigentlich ziemlich beknackt, bin ich jetzt mega happy damit. Und ich zeige euch mein absolutes Highlight, Leute, und ich traue mich fast schon gar nicht ohne Handschuhe und ohne, ja, Sicherheit, was weiß ich, anzufassen. Ich habe mir für meine Mask-Sammlung einen tatsächlich eingeschweißten Shrink-Wrapped-Slingshot gezogen. Würde jetzt zu weit finden, das im Detail zu erklären, Eva, ich kann nur sagen, also das ist hier, wie du siehst, ne, totally unopened und sozusagen, ja, untouched. Das ist so meine absolute, meine absolute Königsklasse an Spinnerei meiner Vintage-Sammlung, befinden sich in einer Vitrine, die ich von meiner Oma bekommen habe, in meinem Holy Grail-Zimmer. Und ich habe so diesen Anspruch, die Sammlung in, ja, sealed oder gar schrink-wrapped zu kompletieren und Slingshot war jetzt tatsächlich eine Gelegenheit. Da wird das Grinsen noch breiter am Ende so einer Convention und natürlich der Geldbeutel entsprechend schmäler. Also ihr merkt schon, wir sind rundum zufrieden mit der Veranstaltung, für uns wirklich als Erfolg zu verbuchen. War einfach mega geil, es waren auch geile Leute da. Ein paar davon möchte ich nochmal ganz besonders grüßen. Ich nehme meinen Spickzettel zur Hand, dass ich auch wirklich hoffentlich niemanden vergesst. Einmal den Marco von Retrokrempel, der so über uns, erinnere ich, an der Galerie oben seinen Stand hatte. Und immer wieder ganz kurz runterguckt hat zu mir, Sven, wie geht's dir und so, wie ist die Lage? Voll nett. Sabine, Stamm der Sabinerin, wie immer, war auch letztes Jahr schon da. Kleiner Überraschungsgast, kurzfristig angemeldet, unser Freund Axel Bewulfmann-Feldmann von den Fright Guys. War mega, Axel, dass du vorbeigeschaut hast, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ganz liebe Grüße, die Lisa von Marché Noir, auch eine Veranstalterin, die uns eingeladen hat. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, zu ihrem Event. Natürlich die ganzen coolen Veranstalter und Helfer Dudes, der Toyplosion, allen voran eben Philipp, Peter und Ferro, ich hab's gerade schon erwähnt. Thomas, der Star Wars Sammler, die beiden Spielzeugjäger, war auch cool, die mal getroffen zu haben. Haben auch ein cooles Panel gegeben, zu ihren USA-Trips, Martin und Alex. Der Bürgermeister, der Marc von BUMO TV, ich blätter einmal um, natürlich Simon Eckert. Simon war echt mega, dass wir uns da wieder mal gesehen haben. Er saß auch oben in der Galerie, Simon hat ganz, ganz viele tolle Sachen für die Toyplosion auch gemacht. Am Ende gab's dann sogar noch die Blockade, so zum Schnappen. Handsigniert von Simon, danke auch, dass du uns ein paar Bücher signiert hast. Und ich glaube, für dich war's auch ziemlich cool, wir müssen uns nochmal unterhalten im Nachgang. Ähm, dann unser Kunde Florian, nochmal ein ganz besonderer Gruß an dich. Und guck mal, das muss ich noch an euch verteilen. Da gab's so, ähm, tolle Sachen, die Florian uns einfach so als Nervennahrung, eine ganze Kiste voll, mit an den Stand gebracht hat. Ich werd's nicht alleine essen, ich geb euch was ab davon. Vielen Dank und vielen Dank auch für dein cooles Video von dir und deinem Kumpel da im Nachgang. Ähm, ja, diverse Mitaussteller und Kollegen auch, wie Andi Daniel, sehr nett, danke fürs Einweisen beim Rückwärtsfahren in dem engen Hof. Ähm, Marco Miri natürlich vom MyMac, die auch eine mega coole Vorbestelleraktion mit ihrem MyMaxicon an ihrem Stand hatten. Ähm, und natürlich logischerweise die ganze Armada von Kunden, die bei uns vorbeigeschaut hat, ähm, am Stand war, sich informiert hat, sich äh, was gegönnt hat bei uns am Stand. Da haben wir uns natürlich mega, mega gefreut. Ein extra Dank, der muss noch raus an unseren Kunden Thomas, der sich eben auch angemeldet hat und, ähm, der tatsächlich für mich 20 Minuten an dem Samstag durch Castor Brauxel gezischt ist, um irgendwie nur eine Apotheke, die auf hat, äh, zu finden, weil die ersten ein, zwei Stück hatten nämlich geschlossen. Und da hat er mir dann irgendein Teufelszeug organisiert, Gripostazero, wie das heißt, das ich mir dann eingeschmissen hab und, ähm, ja, da ging's dann hoffentlich so ein bisschen besser bergauf über Nacht. Das, der dröhnende Schädel war dann vorbei. Vielen Dank nochmal, Thomas, das war echt eine starke Aktion von dir. That's amazing! Wir würden jetzt noch gerne wissen, wer von euch denn eigentlich vor Ort war. Schreibt uns doch gern euer persönliches Feedback zu Toplotion in die Kommentare, weil uns interessiert wirklich, was ihr so für Eindrücke mitgenommen habt und was euch gut oder vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Ja, definitiv. Abschließend, Eva, vielleicht mal noch, ähm, ein Blick auf unsere Convention-Planung, Event-Kalendermäßig, äh, für, sagen wir mal, Ende des Jahres, aber vor allem für nächstes Jahr, ne? Ja, denn ich hab's grad schon angeschnitten, es waren tatsächlich auch auf der Toplotion ein paar Leute, ein paar Veranstalter, ähm, die ihre eigene Veranstaltung ein bisschen promotet haben und uns angesprochen haben. Zum einen eben Lisa, ähm, die machen den Maché Noir, auch eher so eine retro, vintage angehauchte Veranstaltung, eine kleine, aber feine, wenn ich's richtig verstanden hab. Findet, glaub ich, zum vierten Mal, Startanfang 2025. Da müssen wir gucken, Lisa, ich meld mich noch bei dir. Ähm, dann war der Eisi da von, von den Star Wars, wie heißt ich glaub, Star Wars Fans, oder das Star Wars Fan Club Nürnberg, Star Wars Fans Nürnberg e.V. Die machen ja die Norris Force Con, also natürlich eine Star Wars Convention, ähm, jetzt in Fürst sogar, glaub ich, also bei Nürnberg, äh, findet zum siebten Mal statt, nächstes Jahr im September, wenn ich's richtig im Kopf hab. Werden wir auch noch telefonieren. Das sind zum Beispiel so, ne, so Events, wo wir uns schon überlegen hinzugehen, weil ihr merkt schon, wir sind im Modus und haben natürlich Bock, so das ein oder andere Event mehr zu machen, als jetzt nur die Toplotion oder so. Ähm, muss aber natürlich, man muss einfach dazu sagen, ähm, wenn's, ich sag mal, schon so in Richtung Ruhrpott oder gar in Richtung Norden geht oder so und die Entfernung sehr weit ist, dann wird's schon mal tricky für uns, einfach wegen dem Zeitaufwand, wegen dem Personalaufwand. Da kommen dann einfach, äh, viele Zeitfressende und natürlich auch kostenintensive Faktoren dazu. Und dann muss ich halt auch sagen, wenn dann ein Veranstalter halt meint, so, äh, Standgebühr gleich mal ein paar Tausender aufrufen zu müssen, dann wird's eigentlich, dann wird das Eis schon einfach leider sehr dünn. Und dann ist es für uns meistens einfach ein K.O.-Kriterium, weil dann wird's einfach zu schwierig, ne, und man weiß ja natürlich nie im Vorfeld, knallt die Veranstaltung oder ist es ein Flock. Das kann die natürlich nicht mal garantieren, also es ist immer so ein Blindflug für uns ein Stück weit. Ja, deswegen wägen wir da ab. Ähm, Norris Force Con, also Fürth, wär natürlich mega, weil's fast schon Heimspiel ist, ne, das ist so eine gute Stunde von uns weg. Ähm, das Thema Star Wars ist natürlich auch, grad für mich, auch eine Herzensangelegenheit, also es wär natürlich schon interessant. Welche Con oder welches Event habt ihr denn für die nächsten Monate oder gar für 2025 schon auf eurer Agenda? Lasst uns das doch auch mal in den Kommentaren wissen, bitte. Und wo würdet ihr Space gerne vor Ort sehen? Dass wir zur Topplosion kommen, ist ja sowieso klar. In der heutigen Nuance-Talk-Rubrik zeigen wir euch ausschließlich Neuheiten, die wir im Zuge der Messe reinbekommen haben. Also, falls da für euch was dabei sein sollte, dann müsst ihr ein bisschen schnell sein, weil da sind teilweise nur noch kleine Restmengen verfügbar, sozusagen die Überbleibsel von der Topplosion. Genau. Und den Anfang macht hier der unfassbar coole Worldpaint-Conan von Super7 in der, ja, im Vintage-Maßstab, der eigentlich San Diego Comic-Con 2024 exclusive war, ne? Also den gab's bei Super7 auf der SDCC zu kaufen. Wir haben da so eine gute Handvoll reinbekommen. Und mein Conant ist sowieso ein geiles Thema. Ich sehe jetzt erst, der hat ein Stoff, länden, schnöcht sich das richtig? Stimmt, ja. Schon, ne? Ist geil. Das habe ich vorher auch gar nicht gesehen. Also nicht, dass meine Augen schlecht werden oder so, aber man muss sich's manchmal echt genauer angucken. Es sieht richtig cool aus, ne? Ja, total. Ja, und der wird jetzt einfach, ja, wie Eva gerade schon gesagt hat, die Überbleibsel landen jetzt im Shop. Sollten wir es nicht schaffen, alle Sachen, die wir jetzt euch zeigen, rechtzeitig im Shop anzulegen, dann habt bitte nachsehen, aber meldet euch sonst gerne, ne? Entweder in den Kommentaren oder direkt per E-Mail bei Eva oder mir oder so. Aber wie gesagt, wir geben Gas und gucken, dass wir alles in den Shop kriegen. Weiter geht's mit auch einem absoluten Highlight, beziehungsweise vier Highlights, auf einen Schlag sozusagen. Ja! Und zwar die vier neuen 1 zu 12 PVC-Statuenfiguren, wie auch immer man es nennen will, von Infinite, Bud Spencer und Terrence Hill, die wir, Eva, als Prototypen schon in Nürnberg auf der Spielware-Messe gesehen haben dieses Jahr, ne? Stimmt, ich glaub schon, ja. Da hatten die Weltpremiere sozusagen und Händler-Weltpremiere haben sie bei uns. Wir sind tatsächlich weltweit die einzigen bisher, die die reinbekommen haben, eben auch zur Toy-Blotion extra einfliegen lassen. Ich mach mal, komm, wir machen mal hier so eine QVC-Präsentationsshow draus, einen nach dem anderen, einmal hier auf dem Drehteller, Bud Spencer als Bulldozer aus, sie nannten ihn Mücke. Haben wir, sieht im Hintergrund, oder habt ihr mit Sicherheit schon erst spät auch die 1 zu 6 Statue, zu der kommen wir später im Detail. Dann zeige ich noch schnell den Banana Joe. Gab's auch schon als 1 zu 6 Resin-Statue in strenglimitierter Auflage für den kleineren Geldbeutel oder den kleineren Platz, jetzt auch als 1 zu 12 PVC-Statue. Dann darfst du gern, Eva. Dann haben wir aus die rechte und die linke Hand des Teufels einmal Terence Hill als Trinity. Der Müde Joe, auch sehr geil. Also schon wirklich einfach beeindruckend, was er auf den kleinen Maßstab da so an Details hinbekommen. Ja, total. Wirklich geil, also man hat es auch an den Reaktionen gesehen auf der Toy Clotion, die Leute, die es sich vor Ort angucken konnten. Und natürlich auch Bud Spencer als Bambino. Genau. Ein neuer Sheriff in der Stadt. Sehr, sehr cool. Das waren die Highlights zu Infiniti, die wir am Stand hatten. Dann würde ich sagen, wir bleiben noch so ein bisschen im Action-Figuren-Bereich. Ganz neu. Bei uns im Portfolio sind die, naja, es ist die zweite Figur der Frazetta Girls, eine neu gegründete Firma. Tatsächlich, ich glaube, von den, ich weiß gar nicht, Tochtern, Nichte von Frank Frazetta. Die haben also eine eigene Action-Figur, beziehungsweise Collectibles Schmiede gegründet. Es gab den, boah, Nightwolf? Ich weiß es gar nicht genau. Warte mal, ist der hinten abgebildet? Nein, ist er nicht. Also die erste Figur, jedenfalls haben wir die verpasst. Das stinkt mir gewaltig. Aber die zweite Figur, der zweite Charakter ist Tigra. Auch 1 zu 12. Muss man schon sagen, Deluxe-Action-Figur. Mit wirklich drei austauschbaren Köpfen. Ja, stimmt. Also allerlei Zubehör und natürlich dem, was ist es? Dem Panther dazu, oder? Ja, Panther ist es, ne? Schwarzer Panther. Der auch so ein bisschen beweglich ist, aber die Figur selber ist natürlich voll beweglich. Ihr seht es hier aus dem Film Fire and Ice. Der sehr, sehr talentierte Eamon O'Donoghue hat hier, ist hier, ja genau das, seht ihr den, diesen, ich glaube Nightwolf heißt er. Hat nicht nur das Box-Art gemacht, soweit ich weiß, sondern hat natürlich auch an der Figur selber mitentwickelt. Ein Herzensprojekt von ihm. Ja, einfach auch so ein Kult-Thema. Finde ich geil, dass das jetzt einfach umgesetzt wird. Und die nächste Figur, ich glaube Northman heißt er, oh Mann, ich bin schlecht vorbereitet zu diesem Thema. Ich habe es alles so voll im Auge, aber die Namen sind noch nicht ganz so intus. Die findet ihr auch schon bei uns im Shop zur Vorbestimmung gelistet. Tigra ist auf jeden Fall schon angelegt. Gucken wir noch einmal kurz hier auf Neckar, Eva, oder? Genau. Wir machen es kunterbunt. Da haben wir die Gargoyles mit dabei. Auch eher schwierig zu kriegen in Deutschland, da haben wir auch noch so eine Handvoll. Weil wir halt wissen, gerade die Top-Lotion, das ist so einfach ein cooles Retro-Thema. Total, ja. Gargoyles passt wie die Faust aufs Auge. Einmal querbeet, ich glaube Broadway ist noch einer da, ne? Brooklyn habe ich hier auf dem Schoß und dann hat es noch einen... Den Hudson. Den Hudson, genau. Iron Studios war sehr präsent bei uns am Stand. Ja. Hat für einen coolen Banner gemacht, habt ihr vielleicht gesehen. Wir haben wirklich viele Statuen ausgepackt. Die Coral von deren eigenen Residium Franchise IP, wie auch immer, hatten wir als Prototyp am Stand. Sehr, sehr, sehr geile Statue, auf die freue ich mich wirklich, wenn die zur Auslieferung kommt. Super detailliert auch, also die ist so richtig geil aus. Ja, mit viel Schnickschnack drumherum, ne? Und halt eine geile Thematik, die sie da irgendwie so aufgegriffen haben. Ja. So dieses Endzeit. Aber, Highlight war natürlich auch das Event-Exclusive Minico-Figürchen Skeletor in der Glow-in-the-Dark Version. Was man jetzt natürlich im Studiolicht hier nicht so geil sieht, wir blenden euch da vielleicht ein Bild mit ein, also der Knochen-Schädel, also sein Gesicht leuchtet im Dunkeln, wenn sich so phosphormäßig irgendwie so ein bisschen aufgeladen hat am Sonnenlicht, kann man sagen. Ja, genau. Ja. Also auch eher selten und nicht so einfach zu kriegen, haben wir auch ein paar übrig, sozusagen einfach nochmal eine Variante von einem normalen Minico, ne? Genau, und durch die Leuchtfunktion auch, sieht das so richtig fies aus. Ja, der war der Most Evil, so kann man es glaube ich sagen. Ein Blick nach hinten in unsere Studiodeco, verrät euch oder zeigt euch noch ein paar Event-Exclusive, die sind allerdings, korrigiere mich, von letztem Jahr? Ursprünglich? Ich glaube schon, die waren 2023. 2023, wobei das auch sein kann, dass es für Sao Paulo, also hier CCXP, was ja immer wirklich Ende des Jahres stattfindet, also ja, sind jetzt schon ein bisschen älter. Die haben es leider nicht mehr geschafft, die kamen so eine Woche nach der Tollplosion bei uns an, das war ein bisschen Ergerlich. Ja, deswegen landen sie jetzt auch im Shop. Da haben wir einen Batman, wir haben Magneto und Sentinel. Ja. Genau, eine Darth Vader, Hot und was war es noch? Eine Iron Man, ein sehr cooler, epischer Iron Man, Mark, whatever, in der Superheldenlandung, sieht auch geil aus, ne, auf cooler Base. Total, ja. Also alle im Maßstab 1 zu 10, also die typischen Art-Scale-Statues von Iron Studios. Motu Eva, oder? Da kann man noch eins zeigen, was auch sehr cool war, hat man natürlich auch bei der Tollplosion vertreten, also eine Mondo-Moto-Abteilung, sozusagen, bei The Power of Greyskull, 1 zu 6, die Mondo-Figuren und da haben wir eine Variante, ich hoffe, man sieht es so ein bisschen, ich mache es mal so, von Trapture in der Minicomic-Variante. Ist exklusiv bei, von den Kollegen in den USA von Big Bad Toy Store, da haben die uns ein paar Exemplate rübergeschickt und zur Verfügung gestellt. Ja, ist halt einfach so dieses Minicomic-Farbschema, gibt es ja inzwischen auch als Origins-Figur, ich glaube sogar Iron Studios hat auch eine Variante gemacht, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Hier jedenfalls 1 zu 6, Action-Figur von Mondo, landet jetzt auch im Shop. Ansonsten, die Mondos, die wir am Stand hatten, das sind wirklich Einzelstücke, ne? Mhm, genau, ja. Da empfiehlt es sich, wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr was haben wollt. Ich glaube, wir haben noch einen Teela, glaube ich, einen Orko, einen Skeletor war noch da, ich glaube sogar einen Man-at-Arms, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Meldet euch einfach, wenn ihr die Mondo 1 zu 6 Figuren sammelt, ich glaube sogar ein Battle Cat war noch da. Wenn ihr eine Lücke habt in eurer Sammlung, schreibt uns an, vielleicht haben wir noch irgendetwas im Lager rumliegen, da helfen wir euch natürlich gerne weiter. Bei den Highlights unserer Hot Pre-Orders wollen wir erstmal einen Ausflug in eine weit, weit entfernte Galaxis machen. Und dabei stellen wir uns der Scum and Villainy, also dem fiesesten Abschaum, der so jenseits des Outer Rims irgendwie zu finden ist. Sideshow hat eine neue, kleine Subline innerhalb der Star Wars, ihrer Star Wars Lizenz im 1 zu 6 Bereich angekündigt, beziehungsweise auch jetzt schon zur Vorbestellung gelistet teilweise. Ich glaube, wir sind jetzt bei Charakter Nummer 3, nämlich Gerinden angelangt, ne? Ponda Baba und... Greedo. Greedo, genau, Greedo natürlich, sind zuvor schon als Vorbestellung gelistet gewesen, jetzt eben Gerinden. Und man sieht schon auf so einem Gruppenbild geteasert, als wird noch Cornelius Eversan, Dr. Eversan und Labria kommen. Der eine oder andere Charakter wiederholt sich, also gab's schon mal, meine ich, aber jetzt zum Beispiel der Labria, den gab's mit Sicherheit noch nie irgendwie, zumindest nicht geil umgesetzt als 1 zu 6 Figur. Und ja, also Sideshow bewegt sich da natürlich preislich, aber auch was die Details, die Qualität angeht, schon so in Richtung Hot Toys, kann man glaube ich schon sagen, ne? Ja. Also halt mega cool, aufwendig geschneidete Kostüme, entsprechende Zubehörteile dabei, wie in den Filmen zu sehen oder wie im Film zu sehen, merkt man auch, ne? Also es ist natürlich so, die bösen Jungs gehen immer, ist immer eine gelungene Ergänzung natürlich oder eigentlich auch Abwechslung zur vielleicht schon zigsten Version von irgendeinem Luke oder Darth Vader natürlich, was absolut seine Berechtigung hat. Aber das sind einfach ein bisschen so exotischere Charaktere und gerade wenn man mal Bock hat, sich so ein Diorama zu bauen oder so, ne? Wenn man den Platz hat und die Muse, dann ist das schon sehr geil. Findet ihr, wie gesagt, alles bei uns im Shop gelistet und ihr müsst nach Sideshow gucken, ne? Also nicht aufs Glatte ausführen lassen, es ist nicht Hot Toys, es ist wirklich Sideshow. Greedo, Ponda Baba, Dr. Cornelius Everson, Gurindon, and Labria. Straight from the Mos Eisley Cantina, Sideshow presents the Scum and Villainy Collection. Highly detailed and articulated six-scale figures. Perfect for recreating your favorite scenes or telling your own story. With Greedo, the big-eyed bounty hunter with his sights set on the prize. Ponda Baba and Dr. Cornelius Everson, he doesn't like you and he doesn't like you either. Gurindon, the imperial spy who lurks in the shadows. And Labria, the mysterious man with the devilish grin. You just watch yourself, they're wanted men. The Star Wars, common villainy collection. Each 12-inch figure sold separately. Dann, zweites großes Thema in unserer Pre-Order-Section jetzt, diesen Monat, natürlich, haben wir gesagt, Eva, Beetlejuice, beziehungsweise Beetlejuice, Beetlejuice. Genau. Weil der zweite Teil eben unlängst im Kino gestartet ist. Und das war absehbar, dass diverse Hersteller sich sowohl zum alten als auch zum neuen Film, also zum zweiten Teil, jetzt an diverse Umsetzungen ran machen. Da haben wir gesagt, präsentieren wir euch mal so eine bunte Mischung. Ja. Du darfst gerne loslegen. Genau, da kam wirklich einiges dazu. Ich würde sagen, wir fangen mal klein an, und zwar mit den beiden neuen Toonie Terrace 2-Picks von NECA. Da gab es einmal Astrid und Lydia Dietz, also Jenna Ortega und Winona Ryder. Sprich, die sind schon zum zweiten Film jetzt, ne? Genau. Und dann Beetlejuice und ich glaube Dolores heißt sie, also Michael Keaton und Monica Bellucci. Das sind halt wie immer, ne? Also passt halt perfekt auch zu dem Thema, so diese stilisierte, überzeichnete, die machen schon Spaß, finde ich. Genau. Wir hatten schon die Mini-Epicks von Vita mal gezeigt, die auch sehr cool sind. Die Toonie Terrace sind nochmal einfach kleiner und auch nochmal günstiger. Genau, also ich glaube, die liegen jetzt beide bei 44,99 Euro ungefähr. Fürs 2-Pick jeweils. Genau. Genau, also bist du bei, ja, um die 20 Euro pro Figur, sage ich mal. Und ist einfach eine total nette, ja, kleine Figuren-Sammlung, die man sich da aufbauen kann und die man einfach mal irgendwo auch cool so versteckt irgendwo hinstellen kann, ohne dass man ein riesen Display braucht. Also finde ich ganz, ganz geil. Ja, und ich finde, wie du schon gesagt hast, es bietet sich thematisch einfach perfekt an für diesen Stil von den Figuren. Ja, absolut. Dann gehen wir ein bisschen höher im Maßstab, landen bei 1 zu 12. Metzco, innerhalb deren 112-Collective-Linie haben die zum alten Film, zum ersten Film, was angekündigt, ne? Genau, das ist eine neue Figur, eben auch von Beetlejuice selbst. Natürlich auch wieder mit ganz viel Zubehör, also austauschbaren Köpfen, mit den Hammerarmen, mit dem Karussellhut, mit Dreh- und Leuchtfunktionen. Also es ist wirklich cool gemacht. Stoffklamotten, da muss man sagen, bei 1-12-Collective, ja. Genau, und natürlich ist auch der Grabstein von Beetlejuice dabei, neben noch einigem anderen Zubehör. Also da ist wirklich einiges mit drin. Da könnt ihr euch richtig austoben, ja. Nicht ganz so zum Ruhspielen, aber mindestens genauso geil für die Statuen-Sammler. Maßstab 1 zu 10 kam Iron Studios um die Ecke. Genau, auch wieder zum alten Film. Eine Beetlejuice-Statue und da ist, finde ich, die Base wirklich ganz cool. Also ein Sandwurm, der sich um den Grabstein von Beetlejuice schlängelt und er steht dann so drauf und lehnt gegen seinen Grabstein. Also es ist wirklich cool gemacht. Ja, also gerade bei den Bases, finde ich, gibt sich Iron Studios richtig Mühe immer so, ne? Ja, vor allem. Da sind sie sehr, sehr kreativ. Nachdem Sideshow, auch zum alten Film, also praktisch so den Klassiker angekündigt hat, im Maßstab 1 zu 6 schon vor einigen Wochen oder gar Monaten, kam jetzt zum zweiten Teil Hot Toys, tatsächlich für mich total überraschend, und zack um die Ecke und hat eben ein klassisches Movie Masterpiece zu Beetlejuice-Beetlejuice angekündigt, vor, ich glaube, erst zwei Wochen oder so, ne? Ja, also es ist noch nicht lange her. Ja, ist natürlich auch wieder... Mega. Ja, wie man es von Hot Toys gewohnt ist, quasi natürlich auch wieder mit etlichem Zubehör, oder auch wieder mit Grabstein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und natürlich Händen und Köpfen. Und tatsächlich auch Wool-Hair, also impleative Haare, so, ne? Genau, ja. Ja, also das ist natürlich das... Und dann diese geile Schminke im Gesicht, diese abgeranzte, ne? Mhm. Macht halt, ja, macht halt so einen unfassbar geilen Look bei der Figur, finde ich. Also da beweist Hot Toys einfach schon wieder, dass es halt können, ne? Also ich hab, ich hab den zweiten Teil noch nicht gesehen, du? Nee, ich hab ihn leider auch noch nicht gesehen. Also ich muss gestehen, ist jetzt nicht unbedingt meine absolute Wunsch-Ecke, so, oder, ja, favorite Film. Ich hab den ersten mit Sicherheit mal gesehen, aber das ist bei mir auch schon ewig her, so. Ja, bei mir auch schon eine Weile. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Kult, muss man inzwischen sagen. Voll, ja. Ja, und der... Ich glaub, Mick hat sich den zweiten angeschaut, hat mal eine kurze Info durchgegeben, ne? Stimmt, ja. Er war ganz happy damit, so, ne? Ja. Macht einfach Spaß. Der Juice dreht frei. Wenn ihr auch Spaß hattet und sagt, hey, ich brauch einfach wirklich ein cooles Collectible, glaub ich, gibt's eine ganz geile Auswahl, so verschiedene Maßstäbe, verschiedene Preisklassen. Also guckt euch da gern mal um. Wir haben bei uns im Shop unter Filme, gibt's eine eigene Beetlejuice-Rubrik, wo natürlich sowohl zum ersten als auch zum zweiten Teil, ne? Packen wir da alles rein, da findet ihr euch ganz gut zurecht, da könnt ihr gern mal durchgucken. Speaking of Kult und Hot Toys, haben wir noch ein heißes Eisen im Ofen, oder wie sagt man Feuer im Eisen? Eisen im Feuer. Eisen im Feuer. Wir haben einen geilen Scheiß, den wir euch noch zeigen wollen, nämlich eine Neuauflage der T-800 Terminator-Figur von Hot Toys. Dx, boah, was ist es, die 38 oder so? Sehr, sehr, sehr aufwendig gemacht. Ja, wie gesagt, es gab die Figur eigentlich schon, also Arnie in seiner Battle-Damaged-Version als T-800. Der war ziemlich selten in der Zwischenzeit natürlich geworden, wie viele der Elton Hot Toys-Figuren. Ich hab die Figur tatsächlich zu Hause, aber noch nicht aufgestellt. Und ich glaube, ich bin sehr, sehr happy damit, wenn ich ihn auspacken werde. Also für mich passt das. Wer ihn aber verpasst hat, oder halt doch sagt, er will upgraden auf nochmal vielleicht ein bisschen mehr Details, noch filmakkurater, der ist jetzt natürlich mit der zweiten Auflage, die jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich zehn Jahre später jetzt eben kommt, mit Sicherheit noch geiler bedient oder gut bedient. Zwei Köpfe auch dabei, austauschbarer, glaube ich. Genau, ich glaube, beim einen sieht man einfach so ein paar Wunden schon. Und beim zweiten ist dann so das Endoskelet quasi auf der einen Seite schon so richtig freigelegt. Man sieht das leuchtend rote Auge, ich glaube auch mit Leuchtfunktion. Genau, ja. Ja, das ist natürlich so ikonisch und macht so Bock. Ich hab auch neulich, wenn man sich dann hin und wieder auch mal mit der ganzen Schwarzenegger oder überhaupt Terminator-Thematik so befasst und so, klar, es gab dann diese ganzen Sequels und so, die ja mal so lala hier und da mal der eine ein bisschen besser, der andere so wirklich zum Abgewöhnen sind vielleicht, wie auch immer. Aber wenn man sich halt überlegt, was Terminator 2 für ein bahnbrechender Film einfach damals war, das geht je, also es fasziniert immer wieder aufs Neue, finde ich und so. Das ist auch was, was man sich alle paar Jahre wieder mal angucken kann, glaube ich. Und da ist jetzt einfach so eine Figur, wie gesagt, einfach so absolut ikonisch. Glaube ich, kann sich auch mal jemand überlegen, der jetzt nicht, was weiß ich, lückenlos irgendwelche 1 zu 6 Figuren in so einer Riesensammlung hat, sondern so als einzelnes Kult-Fan-Film-Fan-Mensch-Objekt da irgendwie Masterpiece in seiner Sammlung, glaube ich, macht das schon Laune. Also guckt da unbedingt mal rein. Packen wir natürlich euch auch den Link zur Figur direkt in unsere Infobox. Hasta la vista, baby. Natürlich wollen wir wie immer kurz drüber sprechen, was sich so in unseren News getan hat. Und da war ein ganz großes Event, die Emmy-Verleihung, quasi so die Oscars der Serienwelt. Kann man so sagen, ja. Genau, und da war der große Gewinner des Abends, kann man so sagen, die Serie Shoo-Goon. Disney Plus, ne? Genau, bei uns auf Disney Plus zu sehen ist, die ganze 18 Preise abräumen konnte. Ist ein Rekord, ein neuer Rekord, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich auch gelesen, ja. Genau, also unter anderem als beste Dramaserie und auch für die beiden Hauptdarsteller. Ja, schauen wir über mein Haupt und ich glaube auch über deins, dass wir es beide noch nicht anguckt haben. Aber ein paar Mitglieder der Space Crew haben sich schon reingezogen. Ich habe tatsächlich zufällig gestern mit Tim drüber gesprochen. Und ich weiß halt von Mick, der sich es angeschaut hat. Ja, der auch richtig begeistert war. Ja, genau. Und auch unser Tobi aus Stuttgart, der vermutlich unter anderem so leicht angefixt dadurch jetzt gerade wieder in Japan ist mit seiner Frau übrigens. Ich fliege in zwei Tagen aber schon wieder zurück. Ja, also ganz, ganz tolle, aufwändige, atmosphärische Serie, die das wahrscheinlich schon zu Recht abgeräumt hat und ein riesen Hit für Disney Plus in dem Sinne. Ja, muss man schon sagen. Ja, total. Ja, Glückwunsch. Was hat man noch für Kategorien, Eva? Ich glaube, dann geht es schon. Also es wird so, wenn es aufgeteilt, so zwischen Drama und dann so Comedy eigentlich, ne? Genau. Bei den Comedy-Serien hat Hex tatsächlich als beste Serie gewonnen. Ich weiß nicht. Sagt mir gar nichts. Ja, ich hatte schon mal was gehört davon, aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Ja. Und die Hauptdarstellerin, Jean Smart, hat auch einen Preis für ihre Rolle da gewonnen. Okay. Die anderen Darstellerpreise, glaube ich, in dieser Kategorie gingen an Leute aus der Cast zu The Bear. Genau. Ein bisschen finde ich es skurril oder halt fand ich es so ein bisschen komisch, dass halt The Bear in Comedy einkategorisiert wird. Mhm. Andererseits vielleicht zum Glück, weil sonst hätten sie einfach vielleicht aufgrund des durchschlagenden Erfolgs von Shigun irgendwie in Draman nichts abbekommen. Wichtig ist mir dazu zu erklären für diejenigen unter euch, die The Bear noch nicht gesehen haben oder sich vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal empfohlen in unseren News auch so zum Start der dritten Staffel zum Beispiel. Es ist keine reine Comedy-Serie. Also das darf man nicht glauben anhand dieser Einkategorisierung. Natürlich sind so sehr, ja eher sarkastische Momente dabei oder so ein bisschen, naja schon auch witzige Sachen. Aber es hat eine sehr intensive Dramaturgie auf eine gewisse Art und Weise. Einfach auch dieser, dieser Stresslevel, der, in dem man da mitgerissen wird, so ne, in diesem Restaurant und so, ähm, also das ist definitiv was Real-Life-Drama mäßiges, würde ich sagen, ne? Ja, es zieht einen so richtig rein. Ja, und zu Recht, finde ich. Also haben da Haupt- und Nebendarsteller, ähm, Jeremy, hier heißt er, Jeremy, Alan White. Genau, hat halt wieder als, als beste Hauptdarsteller gewonnen, aber auch, ähm, ich glaube, zwei, drei seiner Kollegen, Kolleginnen haben abgeräumt. Zu Recht, hat mich sehr, sehr gefreut. Und daher nochmal der Tipp, also, ähm, wenn ihr da mal Bock drauf habt, irgendwie, ne, so Real-Life, abseits von Sci-Fi und Fantasy, dann The Bear, Riesentipp von mir. Hast du es geschafft, weiterzugucken durch Staffel 1? Intus schon, ne? Ja, genau, ich hab tatsächlich, ich bin tatsächlich noch nicht drüber hinausgekommen. Okay, also spätestens im nächsten Urlaub über The Bear Staffel 2 und 3. Es lohnt sich, es macht wahnsinnig Bock. Ähm, dann, was, was war noch so, äh, Reindeer Baby, auch was, was an mir vorbeizog, so. Baby Reindeer heißt es, glaube ich, im Englischen, Reindeer Baby im Deutschen. Natürlich. Als, als beste, ähm, Mini-Serie. Ah, okay, genau, da gibt's dann nochmal so eine, also so eine Abstufung, ne? Genau. Und auch die beiden Darsteller, also der Hauptdarsteller Richard Gadd und die Nebendarstellerin Jessica Gunning haben auch Preise für ihre Rollen bekommen. Okay. Es ist, so die Serienwelt, das ist schon, äh, gefühlt so ein Fass ohne Boden, ne? Und wirklich auch unfassbar, wie die Qualität einfach ist. Also es gibt so viel gutes Material, man bräuchte gefühlt, ich sag's schon öfter irgendwie, man bräuchte so vier bis acht Leben, um das alles irgendwie anzugucken, was da heutzutage abfiel. Ja, das stimmt, ja. Noch was Erwähnenswertes oder was das zu den Emmys? Jodie Foster wurde als beste Hauptdarstellerin in der Mini-Serie für True Detective ausgezeichnet. Ich glaub, sie spielt nur in dieser einen Staffel mit, ne? Genau, ich glaub, das sind ja quasi immer so Anthologien quasi, also die Staffeln sind, ähm, voneinander getrennt. Abgeschlossen so. Genau. Ja, ja. Und als bester Nebendarsteller Lamorne Morris in Fargo. Ja, Fargo ist auch eine Serie, die schon ewig gefühlt irgendwie, ne? Ja. Besteht und ich glaub auch, die seit Staffel 1 irgendwie wirklich einfach ein sehr, sehr hohes Qualitätslevel hat. Ja. Ja. Was mir einfällt gerade noch an dieser Stelle und, ähm, lieber Heiko, verzeih mir, ich hab dich vorher nicht aufgezählt, aber dafür passt jetzt umso besser. Ein ganz besonderer Gruß geht raus an Heiko Bukatzmeier, ähm, der tatsächlich auf der, ähm, Emmy-Verleihung vor Ort war, im Smoking, im feinen Zwirn und halt eben zwei oder drei Tage danach auf der Toy-Polotion in Castro-Brauxel, ähm, im Freizeitoutfit, nicht mehr im Smoking. Und hat mir dann auch Bilder gezeigt, ganz stolz, war natürlich saukool. Heiko, äh, ist, äh, im Special-Effects-Bereich tätig und, ähm, seine Firma, seine Crew war nominiert, glaub ich, für Avatar, also für diese Real-Life-Avatar-Serie, Netflix-Serie. Genau, ja. Und, ich glaub, gewonnen haben sie leider nicht diesmal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, ich weiß gar nicht, wer, wer ausgezeichnet wurde. Wer sie abgehängt hat, Frechheit jedenfalls, ähm, aber Heiko war dort und, und hat uns auch so ein paar Fotos auf dem Handy gezeigt, das war irgendwie schon echt witzig, so im, im, im Toy-Polotion geguselt. Also, liebe Grüße an dich, mein Lieber. Und, ähm, natürlich mega dich auch, äh, wieder mal endlich gesehen zu haben. Always so nice to see you. Gehen wir für einen Moment aber auch von den Serien weg und schauen mal ins Kino, Eva. Es gab natürlich, äh, einen Haufen nennenswerter Kinostarts. Gerade so jetzt im Spätsommer, kann man sagen, ne? Genau, ja. Allen voran haben wir gerade schon gehabt, das Thema Beetlejuice, Beetlejuice, also der zweite Teil, ähm, natürlich wieder von Tim Burton mit Michael Keaton und auch einigen neuen Leuten. Ja, genau, also 36 Jahre nach dem ersten Teil kam eben jetzt die Fortsetzung ins Kino, eben wieder, wie wir vorhin auch schon erwähnt hatten, mit Michael Keaton in der Titelrolle, Winona Ryder ist auch wieder mit dabei, genauso wie Catherine O'Hara, aber jetzt eben neu dabei, unter anderem Jenna Ortega, Monica Vellucci und Willem Dafoe. Sehr geil gecastet, muss ich sagen. Total, ja. Auch wenn wir den Film noch nicht gesehen haben, aber die Namen passen einfach schon so, ne? Wie Arsch auf einmal, finde ich so. Voll. Das macht Sinn. Ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich hab's gar nicht beobachtet, wie erfolgreich er war an dem Kinokasten bisher. Ich glaub, der war schon vorne mit dabei, auf jeden Fall bei den Kinostarts, der performt ziemlich gut. Ja, kann ich mir denken. Es ist, wie gesagt, einfach ein Kultthema, ähm, Horror angehaucht, aber natürlich nicht. Zu heftig, also immer noch so, auf jeden Fall Teenie-tauglich, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, also schon auch so Familienfilme im Prinzip. Ja, genau. Was definitiv nicht familientauglich ist, und da ist jetzt die Frage, aufgrund der Brutalität und des Blutes, oder einfach aufgrund der eigentlichen Qualität des Filmes, ist The Crow. Ich hab ihn natürlich nicht gesehen, ähm, weil ich ihn, glaub ich, gar nicht sehen will. Vielleicht stimme ich mich selber aber auch noch um. Ich mein, es ist, glaub ich, ein offenes Geheimnis, dass der Film im Vorfeld schon nach dem ersten Trailer sehr, sehr, sehr kritisch beäugelt und, ähm, negativ erwartet wurde, so kann man sagen. Ja. Ja, ja, klar, es liegt immer alles ein bisschen auch im Auge des Betrachters, muss man fairerweise sagen, ich mein, Bill Skarsgård ist ja ein Hammer Schauspieler, also das ist ja umso blöder irgendwie auf eine Art, ne, wenn, wenn, wenn das halt für ihn jetzt so ein Misserfolg ist und natürlich irgendwo auch halt so ein bisschen negativ natürlich auf so einen eigentlich sehr, sehr coolen Schauspieler, der mega geile Performance ist, schon in seiner Vita hat, irgendwie zurückfällt. Ähm, es ist halt, also grad bei so einem Kultthema und The Crow, ich hab's, glaub ich, schon mal gesagt, als wir über einen Trailer gesprochen haben, in irgendeiner Upgespaced-Folge oder so, ist nicht nur für mich, sondern für ganz viele einfach, glaub ich, ein ganz, ganz, ganz besonderer Film. Der Film hat einfach so viel besondere Magie und er war auch bahnbrechend, das gibt auch auf YouTube, wenn ihr mal guckt, grad jetzt im Zuge dieses Remakes viele Videos, die sich da einfach nochmal damit beschäftigen, das nochmal aufwühlen und, und auch nochmal erklären und so. Klar, das ist alles auch immer ein bisschen, ne, subjektive, persönliche Empfindung und so, absolut. Aber ich glaub, von dem Meisterwerk kann man hier, glaub ich, definitiv nicht sprechen, das wird wohl so sein. Vielleicht zieh ich ihn mir mal irgendwann rein, wenn's irgendwie auf, auf, ja, auf irgendeinem Streaming-Portal Netflix oder wo auch immer geben wird. Schauen wir mal. Ein weiteres Remake, das anlief, ist Speak No Evil. Das ist eine Neuverfilmung quasi von einem dänischen Horrorfilm, der erst letztes Jahr bei uns im Kino lief, eigentlich von 2022 ist. Also für ein Remake sehr schnell. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt die amerikanische Version in der Besetzung natürlich ein bisschen prominenter, unter anderem mit James McAvoy in der Hauptrolle. Der auch was kann, finde ich. Voll, ja. Ja, ich bin richtig Fan von dem. Ja, das ist echt gut. Und die Handlung soll ähnlich sein, wobei die Auflösung angeblich ein bisschen, ähm, ein bisschen anders, ähm, ist, aber ich hab den ersten auch nicht gesehen. Ich bin allgemein nicht so der Horror-Fan, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Müsst du mir gerade hier sitzen, ne? Genau. Ja, also auf jeden Fall, ähm, ich glaub den, 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 den dänischen hab ich, glaub ich, gestern beim Durchsetzen gesehen, den gibt's schon irgendwie zum Streaming. Und war auch ganz gut, glaub ich, schon so, was man, was man so gehört hat. Ja. Ähm, Plot könnt ihr euch mal durchlesen, wenn, wenn ihr's gar nicht kennt, hatten wir auch bei uns in den News. Also der, der klingt schon, klingt schon vielversprechend, klingt schon fies, muss ich sagen. Ja. Ähm, auch ganz fies und eine neue Thematik irgendwie, oder, oder, ja, äh, ein bisschen was Frisches war The Substance mit Demi Moore in der, quasi Hauptrolle, oder? In der Hauptrolle, genau. Die hat auch schon irgendwie nichts mehr gemacht, glaub ich, ne? Ja, ja, ich hab auch schon lange nichts mehr von ihr gehört, hab davor. Genau, aber die teilt sich quasi auch sozusagen die Hauptrolle mit, äh, Margaret Corley heißt sie, glaub ich. Ähm. Ähm, weil's darum geht, dass sie als Schauspielerin, die 50 wird, ähm, ja, sich so ein bisschen vor ihrem Karriereende sieht, äh, aufgrund der, ja, einfach der Alters, äh, Diskriminierung und der Schönheitsideale in Hollywood. Ähm, und die dann an eine Substanz kommt, die sie quasi verjüngt, immer so schubweise. Okay. Ähm, genau, also Demi Moore und Margaret Corley, ähm, müssen sich dann quasi immer so abwechseln. Ah ja, sieht man auch ganz gut im Trailer, glaub ich, schon, ne? Und dann wird das Ganze dann irgendwie, glaub ich, ziemlich fiese Fahrt auch so, ne? Ja, auf jeden Fall. Spannend, also, äh, auch das, ähm, ich weiß gar nicht, ob der, also es ist auch so ein Film, der wahrscheinlich jetzt nicht in jedem Kino läuft, ne? Also es ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu finden. Ja, also es ist, es ist so ein bisschen nischig. Ich hab auch schon mal geschaut, also bei uns hab ich den nirgendwo gefunden, leider. Ja, das ist halt so ein bisschen Indie, Body-Horror, das ist nicht so das Mainstream-Thema. Genau, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass der relativ zügig auch im Streaming kommt, also wäre nicht, so wie wir, auf dem Ländle, nicht die Chance hat, den, äh, auf der großen Leinwand zu sehen. Aber der funktioniert dann zu Hause auch, ähm, und mit Sicherheit, also echt auch ein cooles, eine coole Idee, ein cooles Drehbuch, bin ich gespannt, könnt ihr mir vorstellen, zieh ich mir auch mal rein. Ja, ich würde mir auf jeden Fall auch anschauen. Ich glaub, auf dem Movie soll er kommen, nach dem, nach dem Kino. Ah, okay, okay. Und jetzt gehen wir doch nochmal zurück, einmal ganz kurz zum Abschluss, äh, in die Serienlandschaft. Eher in den Mainstream, so kann man es sagen. Ja. Ähm, wir tauchen kurz ab nach Gotham in das The Batman, äh, Universum, also in das, ja, von Matt Reeves erschaffene Batman, äh, Teilstück sozusagen. Und, ähm, sind sehr gespannt, weil ich hab's noch nicht gesehen, aber die ersten Meinungen sind sehr, sehr vielversprechend, auf The Penguin, also die, das Serien-Spin-Off. Mhm. Mit dem Pinguin in der Hauptrolle natürlich, Colin Farrell in einer unfassbar geilen Maske. Wie man ihn eigentlich halt fast nicht erkennt, ne? Ja, also er sieht richtig krass aus und wirklich komplett nicht wiederzuerkennen. Ja, und sehr furchteinflößend und auch knallhart einfach. Ich glaub, so kann man's beschreiben, ne? Also es hat eher alles so ein bisschen, ähm, ja, Mafia-Charakteristik, würd ich sagen, ne? Ja, genau. Also es geht quasi um den Machtkampf in der Unterwelt von Gotham. Mhm. Ich glaub, mehr kann man gar nicht sagen, sonst wird man irgendwie spoilern. Ja. Aber, also allein an den Trailern sieht man so vom Look und Feel, ne? Fügt sich richtig geil ein, find ich so, in The Batman. Ja. Und ist eine mega, mega geile zeitliche, ähm, Überbrückung, bis halt der zweite Teil dann irgendwann anläuft. Wobei, ich glaub, 2026 haben sie, glaub ich, sogar verschoben, wenn ich's richtig im Kopf hab. Ja, das kann gut sein. Na, ich glaub, es war, es war 2025 angepeilt. Und vielleicht auch wegen der Serie einfach, dass es, ne, wollten sie ordentlich machen, kein Schnellschuss. Ja, haben gesagt, okay, da hängen wir natürlich entsprechend Zeit und, 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 und Mühe rein. Ist klar, dass sich dann natürlich so ein Mammutprojekt wie so ein Riesenblockbuster, auch wenn's der zweite Teil ist, natürlich dann einfach nochmal verschiebt. Ja, läuft in Deutschland auf SkyWow, glaub ich, ne? Mhm. Ja. Noch einer, wo ihr ein Abo abschließen müsst, um alle wichtigen und interessanten Serien zu sehen. Naja. Soviel für unsere New in Stock. New in Stock, sag ich, zu unserem News Recap, so wollte ich sagen. Sorry, zu unserem News Recap. Und wir bleiben so ein bisschen in der Film- und Serienwelt und schauen jetzt mal rüber, was es an Trailer-Highlights diesen Monat gab. Drei Trailer-Highlights haben wir uns für diese Folge rausgepickt. Spannende Mischung, einmal Fantasy, tatsächlich Mittelerde, einmal Superhelden, MCU. Und dann was komplett Skurriles und Neues. Micky Seventeen. Genau. Versuch mal zu erklären, was das sein soll. Also es ist ein neuer Film von Bongton-ho, der unter anderem ja auch Parasite schon gemacht hat. Der sehr geil war. Robert Pattinson haben wir in der Hauptrolle. In der Hauptrolle, genau, als Micky. Ja. Der sich auf lebensgefährliche Missionen begibt und jedes Mal, wenn er stirbt, quasi wieder als Klon wiedererweckt wird, sozusagen. Und das sieht wirklich richtig abgefahren aus. Also es geht um Weltall und so, ne? Und ja, Micky Seventeen ist dann vermutlich seine siebzehnte, ja, Reinkarnation kann man nicht sagen, also sein siebzehntes Klon, wie auch immer, belebtes Version von ihm, sozusagen. Und die Klone treffen dann aufeinander, als was schiefläuft. Großer Gott, dann wird das Raumzeit-Kontinuum untereinander gewirbelt, würde Doc Brown sagen. Also das könnte richtig, richtig witzig und skurril und einfach komplett abgefahren werden. Ist auch wieder mega besetzt, also neben Robert Pattinson mit Toni Collette, mit Steven Yeun, Mark Ruffalo, Naomi Erki. Also echt vielversprechend. Mark Ruffalo finde ich auch sehr, sehr, also gerade in solchen Filmen, finde ich, zeigt er auch, was er kann, so. Also, das ist schon cool, dass er halt Bruce Banner gemacht hat und Hulk und so, aber da wird's schauspielerisch, meine ich, ne? Geht er wirklich auf ein anderes Level, finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Ja, und so eine Toni Collette ist natürlich auch immer einfach, das ist, wie du sagst, sind Größen. Ja, sehr cool, sehr skurril, irgendwie schaut euch mal den Trailer an, wir packen ihn euch in der Infobox. Vielleicht macht es euch Bock und ihr packt euch Micky Seventeen auf eure Watchlist. Für alle MCU-Fans wird mit Sicherheit Thunderbolt ein spannender Termin sein. Ich glaube, Ende April nächstes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wenn sich nichts mehr verschiebt, wird Thunderbolt, also halt diese neu zusammengewürfelte Schurkentruppe, kann man so sagen, rund um den Red Guardian, halt saucool gespielt, ne? Von, ich vergesse immer seinen Namen, Chief... David Harper. David Harper, genau. Natürlich Jelena, Bucky, der Taskmaster und Ghost und so, ne? Die schließen die fünfte Phase des MCU jetzt dann ab. Mhm. Schauen wir mal, ne? Wie da die Reise weitergeht. Natürlich wird Deadpool und Wolverine nicht so übertreffend sein als Meierstein. Und ich habe auch so ein Gefühl, so ein Gefühl, so auch als geilste Film des Jahres wird Deadpool und Wolverine wahrscheinlich nicht so übertreffend sein. Ja, das kann gut sein. Nein, also da ist die Nase sehr weit vorne. Aber Thunderbolt jedenfalls ist, glaube ich, schon nochmal ein frischer, neuer Wind. Und muss ich sagen, der Trailer macht schon Laune, geht auch ganz gut zur Sache so, ne? Also es ist schon ordentlich Action in der Tüte. Schaut es euch mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Lassen wir uns überraschen, was nächstes Jahr so alles im MCU passiert. Sehr vielversprechend, finde ich, und wirklich auch mit Spannung erwartet, ist der Animationsfilm Der Herr der Ringe, Die Schlacht der Rohrheben. Ja, genau. Der 200 Jahre zurückgeht in der Timeline, so von dem, was wir kennen, ne? Aus der klassischen Peter Jackson Trilogy. Genau. Also es spielt ungefähr 200 Jahre vor der Trilogie. Und genau, es geht eben um die... Ruhidim. Um die Ruhidim. Genau, also es werden zwei, definitiv einige neue Charaktere, aber vor allem zwei eingeführt, also Ham Hammerhand und seine Tochter. Seine Tochter Hera. Hera, die dann im Endeffekt die zentrale Heldin des Films sein wird, wenn man den Trailern glauben darf. Ist wie gesagt ein Animationsfilm. Peter Jackson hat die Finger mit dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob er mitgeschrieben hat oder so, aber er hat es auf jeden Fall produziert. Macht richtig Bock, finde ich. Also auch die Art, wie die Animation, also wie es gezeichnet ist, muss ich sagen. Auch wenn ich da immer sehr skeptisch bin und da grundlegend nicht so draufstehe. Aber das macht mich schon sehr an, erinnert mich schon so an so eine Mischung zwischen Ghibli und ja, so wirklich viel auch 80er Jahre oder so. Also wenn ich, hat so ein bisschen was auch von dem alten Herr der Ringe Zeichendrickfilm. Spricht mich an, muss ich echt sagen. Und alleine atmosphärisch auch die Stimmen und die Musik und so. Also ich finde, man fühlt sich schon gehuckt von Mittelerde, von Mittelerde-Feeling. Ja, total. Das ging mir genauso, ja. Läuft im Dezember an. Also eigentlich kann man sagen, der Weihnachtsfilm des Jahres, würde ich behaupten. Streicht ihr euch gerne mal rot im Kalender an und dann sind wir sehr, sehr gespannt, wenn es soweit ist. Und ihr da wieder ein bisschen Mittelerde-Luft schnuppert, was ihr davon haltet. Also ich freue mich total drauf und ich weiß auch, dass unser Tobias, der übrigens gerade drei Wochen Urlaub hat, der Lump, dass der auch schon sehr, sehr, sehr gespannt ist und sich wirklich darauf freut. Ganz Mittelerde kennt die Geschichte des Ringkrieges. Doch 200 Jahre davor... Reiter der Mark! Brüder von Rohan! ...gab es eine ältere Geschichte. Erhebt euch! Wir bringen ein Angebot, das Rohan stärken wird. Hera, Helms Tochter. Ich, Wolf, möchte um eure Hand anhalten. Unsere Väter sprechen, als wäre ich nicht einmal anwesend. Ich möchte dich nicht heiraten. Ihr strebt nicht nach einem Bündnis. Ihr strebt nach einem Thron. Das werdet ihr noch bereuen, alter Mann. Er ist tot. Dafür bezahlt ihr mit eurem Leben. Der Junge, den ich kannte, hätte sich niemals Krieg gewünscht. Der Junge, den du kanntest, ist fort. Schieß! Es sind so viele von ihnen. Ich gelobe, für meinen König zu kämpfen. Du weißt nichts von Kriegsführung. Ich bin der schnellste Reiter, den du hast. Das Volk braucht Hoffnung, Hera. Etwas, woran es glauben kann. Mein Stolz, meine Freude. Du könntest die Welt regieren. Meinst du, ich habe Angst vor dir? Das solltest du besser. Was erhofft dich, Mordor von Ringen? Bevor Tobi in seinen Urlaub gegangen ist, hat er uns aber noch sein Exemplar, uns das Produkt des Monats, da gelassen. Leihweise natürlich. Er kriegt es sofort zurück, sobald er aus dem Urlaub zurückkommt. Wir, es geht hier, so muss ich sagen, es geht hier um die Killer Croc Megafig, also die Großfigur von McFarlane Toys zu Batman Arkham Asylum aus deren DC Multiverse Linie. Und zwar, genau, ihr seht schon, man kann hier den Schuber abziehen. Hinten ist die Figur nochmal abgebildet. Sieht schon alles sehr, sehr giftig aus und glowy. Dann kommt die Figur auch schon zum Vorschein. Das wollte ich gerade sagen, in der Glow in the Dark Variante. Genau. Es gab die Figur schon, also Tobias könnt ihr euch natürlich viel, viel mehr erzählen, als wir zwei Nasen, denn er hat es mega gefeiert und hat sich stark dafür eingesetzt, dass wir ihn als Produkt des Monats machen, hier den Killer Croc. Es gab ihn in der normalen Version, glaube ich, schon vor, ich weiß nicht, vielleicht sogar schon Anfang des Jahres oder so. Und das hier ist einfach eine Glow in the Dark Variante, die, ich glaube, für USA Amazon Exclusive war, oder so, Amazon.com. Wir haben da ein paar Exemplare rangekarrt oder abbekommen, das hat uns sehr gefreut. Natürlich auch hier, wie beim Skeleton Minico, sieht man ihn jetzt nicht in the Dark Glowen, liegt am Studiolicht, aber selbst Prinzip, also er muss sich am Tageslicht so ein bisschen aufladen quasi. Genau. Und dann Fluoresziter sozusagen im Dunkeln. Ja. Man sieht, man sieht ganz geil hier, wir holen ihn jetzt nicht raus, sonst kriegt man vom Tobias eine auf den Deckel. Man sieht ganz geil, wie es hier gesculptet ist, so diese richtigen Schuppen eigentlich so auf der Haut. Ja, also es ist richtig cool, detailliert gemacht. Sein Gesicht auch, ne? Die Zähne. Ja, sieht total fies aus. Ja, hat schon was. Einen coolen Stand habt ihr dabei, natürlich ist die Figur entsprechend beweglich und wie gesagt, kommt hier in so einer mächtigen Box. Also, ist schon so einer der Arkham-Zeitgenossen, denen ich jetzt nicht unbedingt über den Weg laufen müsste in irgendeinem Abwasserkanal oder so. Und das nicht nur wegen des vermutlich strengen Geruchs, sondern das ist schon echt ein übler Kollege. Ja, also dachten wir uns, es muss nicht immer High-End sein, es muss nicht immer 500 oder 1000 Euro plus sein, es darf auch mal eine coole Actionfigur von McFarlane sein, die wir als Highlight des Monats haben. Deswegen, Killer Croc von McFarlane, Produkt des Monats, im September 2024. Wie vorhin schon angeteasert, werfen wir jetzt einen genauen First Look auf die brandneue Bulldozer-Statue, Bud Spencer als Bulldozer, in Deutschland als Mücke bekannt, was könnte es auch sonst für eine andere Übersetzung sein, aus dem Film, sie nannten ihn Mücke, von 1978. Mensch, was war das für ein geiles Jahr. Von Infinite Statue and Collectibles. Ich weiß gar nicht, Statue and Collectibles oder Collectibles? Man weiß es nicht, was die Italiener sich immer für saft. Ich glaube, Collectibles. Collectibles, sich für saft-Titles einfallen lassen. Die dritte Statue, also die dritte Resin-Statum-Umsetzung von Bud Spencer, wir hatten ihn als... In 1 zu 6. In 1 zu 6, genau. Wir hatten ihn als Bambino, aus die Rechte und Linker eines Teufels. Wir hatten ihn, habe ich vorhin auch schon gesagt, als Banana Joe, aus Banana Joe, also als Papa Joe. Und jetzt eben als Bulldozer und ich bin total begeistert. ich hatte das Glück, die Statue, als ich bei Cosmic Group in Italien mal zu Besuch war, ich glaube, es war schon Ende Juni, das erste, allererste Exemplar, das aus der Produktion vorab kam, zu sehen und war völlig begeistert. Ich finde, die haben es so, so toll umgesetzt. Eva, wenn du hier mal genau reinguckst, der Dreck so ein bisschen, dieses abgewetzte, wie es halt so ist, wenn man irgendwie Football spielt, dann ist die weiße Hose halt nicht mehr rein weiß. Da kann man sich noch so oft mit verwollt waschen, aber es sieht halt dann genauso aus, also so ein bisschen Gras spulen, so ein bisschen Dreck spulen und so, haben sie richtig geil gemacht, auch hier an den Armschonern und so, ne? Ja, es sieht wirklich richtig toll aus. Auch die ganzen Texturen finde ich richtig cool, also an der Kleidung sieht man wirklich so, ja, einfach diese, diese Struktur. Von dem Shirt da, genau. Ja, auch die Haare oder der Helm, der so richtig glänzt. Der dann richtig glänzt, genau, im Kontrast dazu eigentlich, so muss man sagen, ja, also haben sie echt richtig cool gemacht. Ich finde auch diese, diese edle Base unten, so dieses, dieses Hochglanzweiß so, passt einfach auch gut dazu. Hier auch schön, so einfach die Grasflecken, Auf der Nummer. Also ich bin, ich bin begeistert. Es ist, es ist ein sehr freundlicher Gesichtsausdruck von Bud Spencer, der, also ich muss sagen, ich habe den Film jetzt schon ewig nicht mehr gesehen, aber der kommt, glaube ich, so im Film nicht wirklich vor, aber sie haben es bewusst so gemacht und ich finde, dass die Likeness, also die, die Ähnlichkeit oder der Face Sculpt wirklich, wirklich gut ist. Ja, der sieht schon echt, echt richtig gut aus. Also ich bin von der Statue wirklich begeistert. Es war so ein bisschen im Vorfeld anhand des allerersten Prototyps und auch die Fotos, die nicht ganz so gut waren davon, muss ich sagen, war es so ein bisschen so, wird die Statue cool? Ich bin völlig begeistert. Ich habe auch erst mit dem Kunden, mit dem Mario geschrieben, die Tage und habe ihm gesagt, so deine Bedenken kann ich dir meiner Meinung nach wirklich getrost nehmen. Es ist eine ganz, ganz wunderbare Statue und es ist ein unfassbar streng limitiertes Collectible auch, ne? 250 Stück. Ja, genau. Hey, kommt ja nicht in zwei Jahren an und sagt, jetzt hätte ich gerne einen Bulldozer, weil dann wird er wahrscheinlich schon lang irgendwie ausverkauft sein und ich glaube, er liegt jetzt bei knapp 400 Euro bei uns in der Vorbestellung. Die Hauptlieferung ist jetzt natürlich auf dem Seeweg, die paar Exemplare, genau, das kann man auch dazu sagen, die paar Exemplare, die wir noch übrig hatten von der Toyplotion, werden jetzt erstmal den Vorbestellern natürlich zugeteilt. Sprich, im Shop wird er wahrscheinlich freigeschalten, erst wenn die Hauptlieferung über den Seeweg ankommt bei uns. Ich könnte mir vorstellen, wenn es gut läuft, könnte das noch Ende Oktober hinhauen, tendenziell aber eher November. Ihr könnt ihn noch vorbestellen zum ganz normalen Preis, wenn er irgendwann mal durch sein wird, kann ich mir vorstellen, dass es nicht lang dauert und dann geht der Ruggi-Zuggi so auf 500, 600 Euro auf dem Zweitmarkt. Also warte nicht lang, 250 Stück ist natürlich einfach eine Mini-Auflage. Ja, da muss man schon richtig schnell sein. Also, ich bin begeistert, ich freue mich sehr. Bei den Postkarten haben wir ein bisschen was aufzuholen, weil unsere letzte Upgespaced-Folge ja schon eine Weile her ist. Wir haben euch das letzte Mal die Mai- und die Juni-Postkarte vorgestellt, das heißt, wir machen jetzt einfach mit dem Juli weiter. Was war die, ne? Und zwar genau, die Postkarte von Pascal, von Toy Talica auf Instagram. Ich glaube, er hat es dieselbe betitelt, Deadpool und Wolverine kill the MCU. Also, die haben da ein ganz schönes, äh, Gemetzel veranstaltet. Gemetzel veranstaltet, genau. True Story. True Story. Die haben echt, ja, die haben das MCU mal schnell von links nach rechts gekrempelt, so im Gefühl, ne? Geil. Ich glaube, Marvel Legends Figuren hat er damit zum Einsatz gebracht, oder? Genau. Ich glaube, beim Wolverine ist der Head, also der Kopf und die Krallen sind, ähm, customized. Oh, okay. Genau, aber der, der Body ist in der Marvel, von der Marvel Legends Figur. Und, ähm, der Deadpool müsste eine Essage Figur als sein. Wollte ich gerade sagen, es sieht nach der Machinations aus. Ja. Cool. Ja, war Pascals, boah, ich weiß es gar nicht, Pascal, helf mir auf die Sprünge gerne in den Kommentaren, äh, mindestens zweite, wenn nicht dritte, oder gar vierte, äh, Postkarte schon, im Laufe unserer, inzwischen ganz schön herangewachsenen, ähm, Collection. Und, deswegen würde ich sagen, vielen Dank, Pascal, dass du da wieder mitgemacht hast. Cooles Motiv, passend damals, im Juli, lief ja ein Lernerfilm. Ja, genau. Also, war natürlich so, hat auch einfach geil gepasst. Hat uns sehr gefreut. Dann, Eva, next one, August, Genau, und da, haben wir so ein richtig schönes, Nostalgie-Thema quasi, ähm, zu 80's, Cartoon-Villains. Ja. Also, da haben wir wirklich, sehr cool. Ja. Fand ich, also hat mich sehr gefreut, über die Idee, das so umzusetzen. Ja, voll. Also, ist auch einfach richtig cool gemacht. Und natürlich, einige Themen mit dabei, und einige, ähm, Bösewichte, Skeletor, Hordak, der, Mumra, muss ich ein bisschen weiterhelfen. Thunder, Thunder, natürlich, Turtles, ne, Shredder, seht ihr da und so. Genau. Sehr, sehr cool, geiles Farbklima, cooles Gruppenbild einfach. Ähm, und das ist dann, war auch passend, also klar, Toyplosion war im September, aber war natürlich, wie gesagt, da muss man unbedingt eine Handvoll mitnehmen, zu Toyplosion, ähm, Zielgruppenaffin, hat umgesetzt, der liebe Sascha, glaube ich. Sascha, genau, äh, Temple of Toys auf Instagram, und an der Stelle auch nochmal, liebe Grüße, wir haben dich auf der Toyplosion, ja, getroffen, hat uns sehr gefreut. Ja, also ihr, ich hab Sascha in meinem Delirium verpasst, äh, sorry, von mir, äh, kostet mich schon wieder an, wenn ich schon wieder eine Person mehr Merke verpasst zu haben, Sascha, es tut mir sehr leid, ähm, ja, better luck next time, ich hoffe, du bist nächstes Jahr auch wieder am Start und wir können da mal wenigstens eine Small Talk haben. Vielen Dank für dieses geile Motiv. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wieder mit dabei, Markus Dan Kubrick auf Instagram und hat uns dieses Mal den Robin Hood von, ich glaube es ist Super Seven abgelichtet. Super Seven, genau, eine Ultimate-Figur, ja. Also auch richtig cool, auch natürlich ein richtiges Nostalgie-Thema. Ja. Es war tatsächlich einer meiner Lieblings-Disney-Filme als Kind. Okay, cool. Ich habe mich sehr gefreut über das Motiv. Ja, sehr schön, auch mal was Niedliches, ne? Ja. Gar nicht so niedlich, sondern eher gruselig wird es natürlich im Oktober. Das Gruseligste dran ist, dass die Druckerei es verkackt hat, die Postkarte rechtzeitig zu liefern zu unserem Dreh. Aber es kann sich nur noch um ein, zwei Tage handeln, sodass sie noch rechtzeitig ihren Weg in die Pakete finden wird im Oktober. Natürlich wollten wir im Oktober so ein bisschen Horror, ein bisschen düster gehen. Genau. Und haben uns für die Dracula, also Christopher Lee Dracula-Figur von Caustic Classic entschieden, 1 zu 6, ne? Abgelichtet vom Lieblings-Stefan. Und noch so ein bisschen von uns, genauer gesagt von Tim, so ein bisschen verfeinert, so kann man das, glaube ich, sagen, ne? Genau, also ein bisschen blutiger gemacht. Ja, ein bisschen mit Blut bespritzt, gewürzt, um da noch so ein bisschen entsprechende Stimmung reinzukriegen. Wir haben uns da so ein bisschen was auch einführen lassen. In der Drucktechnik haben wir mal was Neues ausprobiert. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir sind gespannt, sitzen so ein bisschen auf Kohl, ne? Ein Bild von der Postkarte können wir euch an der Stelle schon einblenden. Ansonsten empfehlen wir euch einfach im Oktober etwas bei uns zu bestellen, denn dann liegt selbstverständlich so wie jeden Monat ein Gratis-Exemplar der Postkarte mit im Paket. Das findet ihr dann in eurem Umschlag, der jeder Sendung beilegt. Und, fällt mir gerade noch ein, Eva, das sei dazu gesagt, das ist die Postkarte Nummer 50, oder? Ja, stimmt. Also, haben wir schon einen kleinen Meilenstein geknackt, so zu sagen, in der Collection. Stimmt, stimmt. Als Goodie der heutigen Sendung wartet wieder mal ein Gewinnspiel auf euch. Genauer gesagt, lauert eine dieser vier brandneuen 1 zu 12 PVC-Statuen von Infinite auf euch, beziehungsweise auf den Gewinner. Ja, derjenige, der die folgende Frage richtig beantwortet und dann auch das Glück hat, ausgelost zu werden, darf sich nach Wunsch eine dieser vier Statuen aussuchen und bekommt die dann natürlich gratis von uns zugesandt als Goodie. Und es geht um Folgendes. Ihr wisst ja, die Toyplosion zieht sich wie so ein roter Faden durch die heutige Sendung. Und ich habe es vorhin auch schon einmal kurz erwähnt, es gibt ja immer diese Versteigerungen, diese Auktionen auf der Bühne. Die schon auch so ein Highlight immer sind, diesmal sogar an beiden Tagen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es der Samstag war, wo vom lieben Ferru auf der Bühne so das Highlight schlechthin dieser ganzen Auktionen eben dargeboten wurde und versteigert wurde. Nämlich ein scheinbar absolut Case, freshes, sich in einem absoluten Top-Zustand befindendes Skeletor, He-Man, Tupac auf deutscher Karte mit deutscher Hörspielkassette eben Motu Vintage Toys. Und das wurde versteigert und da ist so dem einen oder anderen der Atem gestockt in der Halle. Die Stimmung war sehr prickelnd und die Spannung war sehr, sehr hoch und es ging dann tatsächlich weg. Und wir wollen von euch wissen, für welche Summe, also wie viel Kohle hat derjenige, der sich dieses Set geschnappt hat, hingeblättert? Wie viel hat er geboten, also für welche Summe ging dieses Teil in der Auktion weg? Die richtige Antwort schickt ihr uns per E-Mail, Eva? Genau, an goody.at-figuren.de mit dem Betreff abgespaced 38 und unter allen Einsendungen, unter allen korrekten Einsendungen verlosen wir dann in unseren Instagram-Stories den Gewinner. Genau. Und ihr habt Zeit bis zum 27. Oktober. 2020 natürlich. Genau. Und dann machen wir den Laden dicht und losen aus. Wahrscheinlich dann ist ein Sonntag, direkt am Montag drauf. Kleiner Tipp noch, es war nicht ein Euro. Und wie gesagt, der Gewinner darf sich dann nach Gusto eine dieser brandneuen Statuen aussuchen. Viel Erfolg und wenn ihr jetzt nicht wisst, wie auf die Lösung kommt, dann hätten wir nochmal einen Megatipp für euch. Schaut euch einfach unser Teilplosion-Video an. Link unten in der Infobox. Wie immer am Ende von UpG-Space geben wir euch einen kleinen Ausblick auf das, was uns in den nächsten Wochen bzw. im nächsten Monat so erwarten wird. Wir haben wieder einen Container aus Asien auf dem Wasser, weitgehend mit 1 zu 6 Neuheiten natürlich. Ja, so mit den üblichen langwierigen Laufzeiten und der ein oder anderen Verzögerung noch, Zoll und so weiter, tralala, pipapo, wird es wahrscheinlich Anfang November, bis das Ganze hier eintrudelt, sind wieder tolle Sachen dabei. Das meiste seht ihr, glaube ich, schon im Shop bei uns in der Coming-Zoom-Kategorie terminiert. Wie gesagt, nageln uns da immer nicht auf den Tag fest bei sowas. Das kann man einfach nicht ganz genau, taggenau vorhersehen oder es ist einfach so eine grobe Einschätzung von uns. Mal wird es ein bisschen früher, mal verzögelt es sich, sag mal, wo ein, zwei Wochen ist so. So, Thema 1 zu 6, Eva, hatten wir gar nicht so genau auf dem Schirm, ist uns jetzt aber zugeflattert und ihr habt es sicherlich auch schon beobachtet, eben Anfang Oktober, das Wonder Festival, ne? Genau, in Shanghai. Wonder Festival ist irgendwie auch so zwei-, dreimal sogar im Jahr irgendwie, ne? Ja, ich glaube, da hatten wir dieses Jahr auch schon mal irgendwas drüber berichtet, weil das immer parallel ist mit einer anderen Messe in Asien. Genau, war. Und mit der SDCC, glaube ich. Ja, ja, genau. Also es gibt so eine Sommer- und dann so eine Winteredition. Ich habe jetzt damit nicht gerechnet, ich hatte tatsächlich irgendwie so im Dezember oder im Januar damit gerechnet, oder irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so eine Zwischenedition ist oder so. Jedenfalls ist das natürlich immer super spannend, gerade auch im 1 zu 6 Bereich, ne? Also ich sage nur Hot Toys in Art, Blitzway und die üblichen Verdächtigen, da wird es massenweise richtig, richtig geiles, neues Zeug geben am Start. Ich habe da schon so ein bisschen was teasern gehört. Wir drehen jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, als die Messe losgeht dort eben, ne? Wir werden versuchen, euch da eine coole Zusammenfassung zu geben. Und natürlich, wie immer, werden die Neuheiten, die dort gezeigt werden, dann so in den nächsten Wochen peu a peu bei uns dann in den Shop wandern, zur Vorbestellung. Ganz klar, immer je nachdem, wie wir halt Informationen von den Herstellern zugeschönnt bekommen. So viel dazu, dann zweites Kino-Heilers des Jahres vermutlich, würde ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Also kann man wahrscheinlich so erwarten, nämlich Joker 2. Folie adieu. Mit Lady Gaga diesmal und natürlich Working Phoenix wieder als Joker. Ja. Also ich freue mich schon voll drauf. Ich glaube, dir geht es genauso. Sehr gespannt. Ich muss mir unbedingt den ersten Teil nochmal reinziehen, so als Aufwärmer. Und dann ist es, glaube ich, schon ein Kino-Happening, einfach dem man sehr freudig entgegensehen kann. Ich hoffe, die Erwartungen werden nicht getäuscht. Die Erwartungen sind natürlich sehr hoch, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon auf die Umsetzung als Musical. Ich bin ja Musical-Fan, aber das mag nicht jeder so. Ja. Weiß nicht, wie es dir dabei geht. Mir geht es gut dabei. Also ich kann mir das gerne antun. Ich mag das. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Also Joaquin Phoenix hat ja auch schon bewiesen, was er kann. Ich sage nur Walk the Line. Aber natürlich, dass dann Lady Gaga mit ihrem musikalischen Hintergrund, ich behaupte es mal, es kann fast nur geil werden und nicht schief gehen. Aber es ist spannend. Also ich freue mich total drauf, muss ich echt sagen. Dann haben wir, ich glaube, unser Programm für diese Folge durchgefrühstückt, oder? Ja. Ja, kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Da wollten wir euch noch in eigener Sache so ein bisschen was zum Upgespaced-Format sagen. Ja, genau. Ihr habt es ja gemerkt, also es hat nicht so oft hingehauen in diesem Jahr, schon gleich gar nicht im Monatsrhythmus. Das ist natürlich vor allem, ich meine, wir haben ja natürlich hier auch noch so unsere normale Arbeit und dann kommt so etwas wie eine Convention dazu, die einfach sehr viel, haben wir ja heute gelernt, sehr viel Mühe und Zeit frisst und fordert. Dann persönlich bei mir ist natürlich der kleine, das kleine Figurenmännchen zu Hause, der, klar, absolut die Prio hat und da ist das Zeitfenster einfach mit so einem Zwerg zu Hause deutlich, deutlich knapper. Und deswegen, ja, hat es nicht so oft hingehauen, wie wir wollten. Aber, Eva, da haben wir uns ein bisschen den Kopf drüber gemacht. Wir haben auch gesagt, Upgespaced soll ja eigentlich auch so, also es ist total cool, mit einem Kollegen oder mit der Kollegin hier zu sitzen, gerade wenn es um so ein Thema geht wie jetzt. Aber es soll natürlich auch schon eigentlich ein Format sein, wo öfter mal von außerhalb Gäste kommen. Und da hatten wir einfach festgestellt, dass es halt, wenn wir den Anspruch haben, jeden Monat, immer zum Ende des Monats mit einer Upgespaced-Folge rauszukommen, dass es kollidiert. Ja, genau. Also es ist einfach super schwer zu planen, weil natürlich auch die Leute, die wir einladen, meistens viel beschäftigt sind. Genau. Und wenn die dann immer zu einem bestimmten Zeitpunkt quasi zu uns zum Dreh kommen müssen, dann wird es schwierig mit der Planung. Oder zumindest wird es schwierig mit der Eintagung, dass wir sagen, wir kommen immer mit der Veröffentlichung zum Monatsende raus und packen sozusagen den Content und alles, was passiert ist des jeweiligen Monats in diese Monatsfolge. Genau, ja. Deswegen haben wir gesagt, wir denken das ein bisschen out of the bisherigen Box und sagen, vielleicht kann es mal sein, dass Upgespaced, dass ich vielleicht sogar mal drei Wochen hintereinander folge, wenn es irgendwie sich ergibt, weil eben zwei spannende Leute von außerhalb irgendwie Zeit haben. Oder halt einfach entgegen irgendwelchen festgezurrten Zeitabschnitten. Mit der jetzigen Folge haben wir so den September ein bisschen eingetütelt. Das ging jetzt ganz gut. Nicht rechtzeitig zum Ende September, aber halt Anfang Oktober. Aber mein Gott, vielleicht kommt die nächste Folge beispielsweise Mitte November, weil es sich halt eben mit dem Timing eben oder dem Terminkalender von dem jeweiligen Gast dann zum Beispiel so ergeben hat. Ich denke, das ist für euch absolut in Ordnung, für uns besser umzusetzen. Da spekulieren wir gerade hin, einfach, dass wir wieder ein bisschen mehr Upgespaced machen können. Das ist so der Anspruch. Schauen wir mal. Wir haben ja auch noch so Geschichten wie das Cyberspace Weekend vor uns. Genau. Kleiner Teaser noch als Highlight zum Ende des Jahres und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Anna. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Ende und da muss noch ein ganz wichtiger Gruß raus, nochmal abschließend, um den finalen Bogen zur Toyb Lotion, zu dem sehr, sehr geilen Wochenende zu spannen. Nämlich an Marco Selle, der Hotelmensch unseres Hotels. Ein saucooler Hund, oder? Voll, ja. Mit dem hatten wir den ein oder anderen coolen Lacher abends dann in der Lobby. Am Freitag konnte ich nicht dabei sein. Da war ich nach der Fahrt und dem Aufbau komplett irgendwie am Ende. Aber, und am Samstag auch nicht, aber am Sonntagabend war es, glaube ich, ne? Ja, am Sonntag quasi nach dem Abbau, nachdem die Messe rum war. Und der Druck abgefallen war auch so ein bisschen. Ja, da saßen wir dann alle zusammen und ja, Markus hat uns so ein paar lustige Geschichten erzählt, wenn wir unsere Pizzen gegessen haben. Ja, war auch übrigens interessant, sich an dem in dem Moment zu erinnern, wie scheiße eigentlich diese Pizza schmeckt von diesem Pizzaladen. Ich glaube, wir müssen uns das nächste Mal was anderes suchen. Aber die Kästensbrüche von Markus haben es ausgeglichen und es war ein Fest. Es war super cool bei dir. Danke für die Gastfreundschaft, der hat dann auch noch irgendwie ein paar Getränke hingestellt und so. Also super nett und ja, wir kommen gerne wieder und sehen uns dann, wie gesagt, spätestens bei dir im Hotel nächstes Jahr zur Toyplosion. Und ja, sind jetzt am Ende der heutigen abgespaced Folge. Freut uns, dass ihr durchgehalten habt bis hierher. Weisen euch gerne nochmal darauf hin, dass wir uns umso mehr freuen, wenn ihr unserem YouTube-Kanal ein Abo gebt, wenn das Video euch gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten gerne auch nochmal Social Media. Wo sind wir denn da überall? Genau, ihr könnt uns gerne auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok folgen. Genau, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Ja. Vielleicht sage ich noch 20 Mal. Ja. 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 Okay, Castroprauxel, ne? Castroprauxel ist das Stichwort. Castroprauxel. In der heutigen New & Stock-Rubrik zeigen wir euch ausschließlich... Ja, und deswegen... Ja, und deswegen... Ja, und deswegen würde ich sagen, wir packen euch jetzt nochmal ein in den Space-Transporter. Wie auch im letzten Jahr haben wir... Wie auch im letzten Jahr haben wir... Es war vor allem am zweiten Tag dann schon deutlich ruhiger. Ich glaube, ich habe gedacht, dass es so ein Crash-Transporter ist, aber... Ne, der hat mich angeleuchtet. Der war mit seiner giftgrünen Box nicht zu übersehen. Scum and Villainy. Ich glaube, was heißt Villainy? Villainy. Ja, Scum and Villainy. Ja, ist schlecht. Dann muss er vielleicht nochmal in die 5. Klasse und in Latein nochmal nachsetzen. Ich habe mich nicht mit Latein angefangen. Echt so? Ja, ich war so cool, dumm und habe Englisch verstanden in der 7. Klasse. Echt, das geht mal. Wenn du auf dem richtigen, geschissenen Gymnasium gestangst. Okay. War denn auch der Grund, warum ich nach der 10. mich einfach verpisst habe, ohne Abitur zu machen? Verstehen Sie? Okay, also Villainy. Ja. The Scum and Villainy Collection. Fuck, Alter. Sorry. Ich nehme noch einmal ganz schnell einen Schluck. Harald Schmidt. Kennst du eigentlich Harald Schmidt? Ja. Er hat immer gesagt. So. Ich sage Ja zu deutschem Wasser. Ich glaube, das war Harald Schmidt. Okay. Ich habe mich nicht gehört. Vielleicht täuschen. Dirty Hairy. So. War eigentlich ganz gut, oder? Ja. Okay, cool. Stopp. Dann sind wir fertig mit Spohrmaschinen. Esse ist jetzt fertig mit Spohot. Whoa. Untertitelung des ZDF, 2020